Die Veranstaltung wird nämlich im Livestream, wie es sich gehört, übertragen. Es wird also weltweit im Internet jetzt zu sehen und zu hören sein. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unsere Diskussion. Wir werden heute Abend ein bisschen über die Piraten spekulieren, allerdings auf empirisch solider Grundlage. Anlass der Veranstaltung ist nämlich eine Studie, die die Wölz-Stiftung in Auftrag gegeben hat bei der Nautilus-Politikberatung. Das sind in Person Herbert Hönigsberger, der hier mit auf dem Podium sitzt, und Sven Osterberg. Und Gegenstand dieser Studie ist die politische Kommunikation der Piraten. Also die Frage, worüber diskutieren die eigentlich? Über welche Themen und mit welchen Inhalten, mit welchen politischen Temperamenten werden da welche Fragen verhandelt? Uns hat das interessiert, weil wir natürlich genauer wissen wollen, was ist das für eine neue politische Formation? Was ist ihr politischer Charakter? Was sind ihre möglichen Entwicklungsperspektiven? Und als wir diese Studie in Auftrag gegeben haben, war das noch zu einer Zeit, als die Piraten in den öffentlichen Umfragen und auch in einigen Landtagswahlen auf dem aufsteigenden Ast waren, bombastische Umfrageergebnisse bundesweit zweistellig erzielten. Heute ist der Hype ja doch ziemlich abgeklungen. Ob die Partei jetzt schon auf dem absteigenden Ast ist, werden wir sehen. Immerhin liegt sie bundesweit noch in den Meinungsumfragen bei 5 bis 6 Prozent. Man kann sich natürlich fragen, wofür. Meine persönliche Antwort wäre, weil die Piraten eine ideale Projektionsfläche sind für ganz unterschiedliche Interessen und Wahrnehmungen und Motive. Dazu gehört sicher Netzpolitik im engeren Sinn, also Themen wie freier Zugang zu Informationen, Bürgerrechte und Datenschutz im Netz. Aber darüber hinaus, glaube ich, sind die Piraten vor allem aus zwei Gründen interessant. Einmal, weil Sprache und Habitus der Partei das Lebensgefühl der Internetgeneration trifft, zumindest eines guten Teils dieser Internetgeneration. Also der Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind und für die das Internet oder Computer nicht nur Instrumente, Werkzeuge sind, sondern tatsächlich eine bestimmte Kultur. Und die Piraten sind sicher eine Partei, die kein bloß angelerntes Verhältnis zu den Technologien hat, sondern die sie ins Zentrum ihres Denkens und ihrer Politik stellt. Und der zweite Grund, weshalb die Piraten, glaube ich, doch von großem Interesse sind, das geht mir jedenfalls so, ist das Versprechen auf einen erweiterten Demokratiebegriff. Wir haben bei den Grünen ja immer klassisch als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie direkte Demokratie vertreten, Volksabstimmungen, plebistierte Bürgerentscheide. Jetzt geht es nochmal um ein neues Element, nämlich um ein permanentes Feedback zwischen politischen Akteuren und dem, was man die Basis dieser Partei und dieser Bewegung nennen kann. Also eine Art Rückkopplungsmechanismus, der ja dem Internet selbst abgeschaut ist und der jetzt auf die politische Sphäre übertragen wird. Was die Piraten selbst Liquid Democracy nennen, was man vielleicht auch kooperative Demokratie nennen könnte. Das schwingt sich ja auch was mit, was die Piraten als Protestpartei charakterisiert. Das ist sie auch in meinen Augen, also eine Partei, die den Überdruss an der etablierten Politik ausdrückt und die von Leuten gewählt wird, die mit den anderen Parteien und mit dem ganzen Politikbetrieb nicht mehr viel am Hut haben. Das geht bis zu offenen antiparlamentarischen Ressentiments, die man in seinem Umfeld und vielleicht auch in den Piraten findet. Also es gibt ein ganzes Bündel, glaube ich, von Motiven, die da zusammenkommen, mit denen man sich doch ernsthaft auseinandersetzen muss. Auch mit der Frage, aus einer grünen Perspektive, wir sind ja die grüne politische Stiftung, sind die Piraten möglicherweise ein Partner, wenn sie es schaffen, sich zu etablieren? Oder zersplittern sie nur weiter das liberal-demokratische Spektrum und erschweren einen politischen Machtwechsel gegenüber der jetzigen Regierungskoalition? Das ist natürlich schon eine relevante Fragestellung. Das alles wollen wir heute Abend diskutieren mit Bernd Schlömer, dem Bundesvorsitzenden der Piraten, den ich ganz herzlich hier zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit in der Böll-Stiftung begrüße. Das ist also keine Eintagsfliege, dass wir die Diskussion auch mit führenden Akteuren der Piraten suchen. In unserem letzten politischen Magazin, Böll-Thema, gibt es auch ein längeres Gespräch mit Marina Weißband. Zu meiner Rechten Dr. Stefan Klecher vom Göttinger Institut für Demokratieforschung, Autor des WUKAM-Bands Multerei auf der Deutschland, das sich auch aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht mit den Piraten befasst. Dann haben wir Sabine Brauer. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Landtagsfraktion der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen deshalb, weil es dort die größte Parlamentsfraktion der Piraten gibt. Und wir mal gespannt sind, welche politisch-praktischen Erfahrungen mit ihnen gemacht worden sind. Und last but not least, Herbert Hönigsberger, den ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe als Autor der Studie, die er jetzt gleich in ihren Grundzügen und wichtigsten Ergebnissen darstellen wird. Und danach sehen wir mal, dass wir in eine Diskussion kommen. Zunächst auf dem Podium und dann auch mit Ihnen. Herbert, bitte. Bin ich an? Ja, guten Abend allseits. Guten Abend, Herr Schlömer. Es freut einen ja immer, wenn man mal den Forschungsgegenstand, mit dem er sich jetzt ein paar Monate auseinandergesetzt hat, leibhaftig zu fassen bekommt. Also freut mich. Wir hatten ja ursprünglich in der Studie vorher auch eine ganze Menge Piraten zu interviewen, sind aber dann nicht nur wegen der Zickigkeit, die sich vor allem die Berliner Piraten bei der Vereinbarung von Terminen zu Interviews geleistet haben, davon abgekommen, sondern auch, weil wir dann festgestellt haben oder glauben feststellen zu können, dass die Piraten nirgendwo so authentisch sind, wie wenn sie unter sich oder auch mit der Öffentlichkeit im Netz kommunizieren. Auch was wir von Leuten gehört haben, die Piraten interviewt haben, spricht auch dafür, sie sind aufgrund ihrer Programmlage und ihres Verhältnisses zur Basis ja auch in Interviews immer gezwungen, alles Mögliche sehr geschwungen und so weiter auszudrücken. An dem Namen, das Nautilus heißen, sehen Sie, dass wir eine andere gewisse Affinität zu maritimen Sprachgebrauch haben. Ich will vorab, bevor ich die Studie in nicht vielen Details, aber in den grundsätzlichen Vorschlägen noch zwei, drei Vorbemerkungen machen, was ich an den Piraten gut finde, um damit ein bisschen auch das, was dann kritisch zu sagen ist, aufzufangen. Das erste ist eine Studie, so wie wir sie gemacht haben, nämlich auf der Basis von der Auswertung von 260.000 Textseiten, die wir aus dem Internet, aus ihren Foren und Liquid Feedback generiert haben. Und so eine Studie kann man nur mit den Piraten machen. Und zwar deswegen, weil es keine andere Partei gibt, die in der Weise öffentlich dokumentiert, wie sie intern redet und mit wem sie auch öffentlich diskutiert. Das heißt, es ist eine spezielle Studie, die nur auf der Basis dieses Materials geht. Der zweite Punkt, der sich auch bei uns so erschlossen hat in der Studie, ist eigentlich schon, und das erinnert mich nur den Ralf, auch hier, Jürgen Treule und andere, an unsere eigene Frühzeit bei den Grünen, dieser partizipatorische Impuls, der diese Parteibildung zu tragen scheint, das finde ich respektabel. Da ich parteilos bin, sehe ich das auch nicht prima Konkurrent, sondern zunächst einmal als Bereicherung der Demokratie an, wenn sich junge Leute, aber sie sind ja nicht nur junge Leute, auf den Weg machen, um eine politische Partei zu gründen und das dann noch jenseits des rechten Spektrums. Sie sind vorausgeschickt, will ich an dem Punkt bei Ralf anknüpfen, wo er auf den Hype um die Piraten aufmerksam gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, Herr Schlöhn, Sie waren immer sehr froh, dass es diesen Hype gibt. Jetzt ist er ein bisschen weg. Was wir im Netz feststellen konnten, ist Folgendes, wenn wir, was wir dort gemacht haben, Ihre Sprache, die Art und Weise, wie Sie diskutieren und worüber Sie diskutieren, wenn wir uns das sowohl statistisch, quantitativ als auch qualitativ zu Gemüte führen, erschließt sich uns dieser Hype nicht. So wie Sie dort reden, gibt es für einen Hype meiner Meinung nach nichts her. Im Gegenteil, das ist eine Kernaussage unserer Studie. Sie sind, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt gut finden oder ob Ihre Mitglieder das gut finden, aber aus unserer Sicht, wie Sie im Internet reden, was Sie kommunizieren, wie Sie dort sprechen, sind Sie auf dem Weg zu einer normalen Partei. Es ist ein Normalisierungsprozess zu konstatieren. Sie benutzen das Standardvokabular der politischen Sprache in hohem Ausmaß. Dort, wo es um speziellere politische Begriffe, politische Schlüsselbegriffe, normative Begriffe geht, benutzen Sie die Nämlichen, die auch ansonsten die politischen Parteien benutzen. Und jenseits der sprachlichen Normalisierung, das ist aber nicht unser Gegenstand, Sie wollen eben Partei werden, Sie wollen die Stiftung gründen, Sie wollen in die Parlamente, ein Teil von Ihnen will regieren. Also es ist ein Normalisierungsprozess, den wir als alte Grüne, die wir den ganzen Normalisierungsprozess bei den Grünen mitgemacht haben, der ist uns sehr vertraut. Oder Elemente dieses Prozesses sind uns sehr vertraut. Wir haben dann in der Studie, also auf der Basis dieses sehr opulenten Materials, uns die Frage gestellt, weil das Material ja unglaublich viel hergibt, worauf konzentrieren wir uns? Und sind dann auf den sogenannten normativen Diskurs gestoßen, also darauf, wie diskutieren die Parteien über Grundwerte? Wie sortieren Sie das Konglomerat der Grundwerte zusammen, die Parteien brauchen, um überhaupt zusammenzuhalten? Alle erinnern sich, basisdemokratisch, sozial, pazifistisch, ökologisch war das so ein Grundwerte, Konglomerat der Grünen. Wir haben uns versucht zu überlegen, was ist wirklich die Kernsubstanz des normativen Diskurses bei den Piraten und wie verläuft der? Wir haben in dieser Studie circa 28 sehr wichtige Grundbegriffe des normativen Diskurses festgestellt und sind darauf gestoßen, also durch verschiedene Verfahren, dass die zentralen normativen Grundbegriffe durch diese Wertetriade, nenne ich das jetzt mal, Demokratie, Freiheit, Transparenz zu fassen ist. Das sind die zentralen Grundwerte, um die sich der normative Diskurs bei den Piraten dreht. Da gibt es eben noch ein paar andere, auf die ich einzeln noch, also nicht alle, aber auf ein paar noch ganz kurz eingehen will. Jedenfalls kann man Folgendes feststellen. Es gibt bei den Piraten einen sehr, sehr ausgeprägten Grundwerte-Diskurs, insbesondere in diesem Foren, der weit über das hinausgeht, über einen normativen Diskurs, was die alten Parteien, wie Sie die nennen, führen. Die haben das alle schon irgendwo abgeheftet und abgelegt, das ist sediert. Bei Ihnen ist es im Fluss. Sie sind gerade dabei, auch wenn Sie das teilweise schon im Programm niedergelegt haben, aber das ist dann noch nicht komplett, Sie sind erst dabei, Ihren Grundwertekanon zu sortieren und was man im Netz dann feststellen kann, es gibt zu jedem normativen Begriff, insbesondere auch zu den drei, die ich genannt habe, eine sehr intensive, kontroverse Diskussion, was auch wieder ein Beleg dafür ist, dass das Ganze noch im Fluss ist. Es gibt, wenn man diesen normativen Diskurs dann weiter untersucht, aber auch andere Diskurse, die die Piraten führen, es gibt dort, und das gehört meiner Meinung nach zum Normalisierungsprozess, nichts, was man schon gelesen hätte. Also es ist sehr breit und vielfältig, aber es ist nichts Neues. Es gibt keinen Satz über Freiheit, über Demokratie, und über Transparenz, aber über Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit, den man nicht irgendwo schon, also wenn man schon älter ist, gelesen hätte, der irgendwo in den Medien auftaucht, der irgendwo in der linken Literatur oder in der liberalen Literatur oder eben auch wissenschaftlicher Literatur aufgetaucht ist. Nichts Neues, das einzig Neue, und da ist dann auch die technologische Dimension natürlich interessant, ist, wie bauen Sie das zusammen? Wie konstruieren Sie aus dieser kontroversen Grundwertedebatte, die Sie da sehr intensiv im Netz führen, tatsächlich einen programmatisch verdichteten Satz von Grundwerten, der dann auch trägt, der eine Organisation trägt, der politische Handel und der politische Praxis trägt. An dem Punkt, muss ich sagen, kann man zweitlein feststellen, Sie haben genug Debattenstoff, sowohl in der Grundwertediskussion, als auch in vielen verzweigten Einzeldebatten über politische Instrumente und Maßnahmen. Das trägt für drei Programme, was dort diskutiert wird. Die entscheidende Frage wird sein, ob Sie es wenigstens schaffen, es zu einem umfassenden Programm zusammenzubasteln, sage ich jetzt einmal. Das wiederum ist nicht Gegenstand unserer Studie, ob Sie das können oder nicht, sondern uns hat erstmal interessiert, welche Frontverläufe gibt es, welche Bandbreite gibt es in diesem normativen Diskurs. Und da kann man nur sagen, zwischen links und liberal, links und Mitte, gibt es praktisch nichts, was man schon lesen konnte, nichts Neues unter der Sonne. Aber das wundert auch nicht, denn seit 200 Jahren wird in den europäischen Gesellschaften genügend über Demokratie, Freiheit, Freiheit, Gerechtigkeit geschrieben. Das ist also insofern kein Vorhalt, sondern es zeigt sich nur, dass das Netz selber dort nichts Neues kreiert. Gut, vielen Dank. Ich würde gerne als Nächsten Stefan Klecher fragen, ob diese Beschreibung in etwa mit Ihren Befunden zusammenpasst. Mich würde insbesondere interessieren, was Sie herausgefunden haben, auch zur sozialen Basis der Piraten. Das ist ja ein Thema, was Hönigsberger nicht untersucht hat. Unser Ansatz war ja ein anderer. Das war ja nicht ein klassisch-soziologischer, sondern ein kommunikationstheoretischer Ansatz. Also können Sie dieses Bild noch um einige Striche ergänzen? Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Mich würde interessieren, in welchem Zeitraum Sie das erhoben haben. Weil ich kenne die Studie nicht. Das ist... Ich muss im Einzelnen auch mal nachschauen, weil das ist sehr viel. Ich muss im Einzelnen nachschauen. Ich kann Ihnen das aber genau sagen. Wir haben in der Studie also auch eine sehr ausführliche Tabelle drin, welche Quellen wir benutzt haben. Ich kenne die nur den Zeitraum. Also das ist bei... Da muss ich jetzt wirklich diese Quelle sortieren. Das bezieht sich also bei den... Ich kann die Brille abnehmen. Ich kann den Mikrofon... Nein, es geht schon. Also, wir haben da etwa 24 solche verschiedenen Corpora. Die haben auch teilweise unterschiedliche Zeiträume. Bei Einzelnen fängt es also schon im Jahr 2007 an. Das ist zum Beispiel die Mailing-Liste Berlin. Dann fängt es in aller Regel im Jahr 2009 an. Teilweise, so habe ich mir sagen lassen, haben Sie ja auch zum Beispiel das öffentliche Forum mit der geschlossenen neu eingerichtet. Das heißt, es gibt auch Unterbrechungen. Aber es ist also in Einzelfällen ab 2007 in aller Regel 2009. Bis? Bis aktuell. Also etwa bis Mai oder bis Juni diesen Jahres. Okay. Ich will das nicht vertiefen, weil mich interessiert nur... Dann haben Sie alle Mails. Also alle Mails, das halte ich für... Naja, gut. Aber... Also das kann man... Die Kurzfassung der Studie liegt ja aus. Das können Sie wirklich nachlesen. Das ist statistisch alles ausgewiesen, was das Quellenmaterial ist. Ja, ja. Okay. Bitte. Ja, da kann ich mit zwei Vorbemerkungen anfangen. Also die erste ist, ich bin qualitativer Forscher, bekennender. Das ist vielleicht insofern ganz praktisch. Das kann man dann so ein bisschen mit unterschiedlichen Zugängen dann machen. Da kommt dann aber sozusagen die zweite Vorbemerkung und auch sozusagen das Problem dann mit rein. Wir sind ja sehr viel unterwegs und schauen uns also auch Piratenstammtische an, führen Einzelgespräche, beobachten Parteitage. Und bei einem Stammtisch hat mir mal ein Pirat gesagt, also 90 Prozent von dem, was Parteienforscher wie Piraten sagen würden, sei falsch. Gut, wenn dem so ist, bemühe ich mich gewesen, dass die 10 Prozent also einigermaßen stimmen. Und deswegen, also blenden Sie das immer ein, weil es immer... Wir erleben immer... Also es gibt so ein bisschen einen Unterschied, ich habe es schon zu Herrn Schlömer gesagt, auch zwischen den Basispiraten, die dann immer hinterher klären, alles falsch. Alles ganz, ganz, ganz anders. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Normalisierungsprozesses. So ab Landesebene sind die Funktionsträger sehr viel relaxter, was das angeht. Und sagen, ja, ist ja nicht alles falsch, was der sagt. Da ist vieles dran. Also das als Vorbemerkung, wenn vielleicht der ein oder andere den Piraten gewogen ist, dann hinterher sagt, stimmt alles gar nicht, haben Sie wahrscheinlich recht oder auch nicht. Das können wir dann in der Diskussion entfalten. Sie haben zur sozialen Basis der Partei gefragt. Ich glaube, an der kann man ganz gut zeigen, wie die Partei sich in den letzten Jahren auch schubmäßig verändert hat. Also die Partei fing ja an als Kleinstpartei einer internetaffinen Gruppe, die halt, ich verkürze es mal auf diesen Begriff Netzpolitik machen wollte. Was das dann ist als Politik, vielleicht sei mal dahingestellt, aber die eine bestimmte Vorstellung davon hatte, dass durch die Digitalisierung sich in der Gesellschaft Fragen neu stellen würden und man da im Prinzip als Ein-Themen-Partei antreten müsse. Das Ganze funktionierte eigentlich nicht wirklich. Bis 2009 sich das Gelegenheitsfenster ergeben hat, dass man mit einem Thema, nämlich damals richtig vordrang, das waren die Netzsperren gegen Kinderpornografie, die der Partei einen immensen Aufmerksamkeitsschub gebracht haben und die dazu führten, dass aus einer Kleinstpartei mit 1.500 Mitgliedern plötzlich eine respektable Kleinpartei mit 11.000 Mitgliedern wurde. Also eine Verachtfachung der Mitgliedschaft und da kommt auf einmal eine ganz neue Gruppe rein. Also das sind diejenigen, die dann im Prinzip die Ersten waren, die waren die, was man immer so klassisch als die Hacker, als die Nerds, als die Hardcore-Anwender vielleicht bezeichnet. Das ist alles ein bisschen Holzschnittartig, aber das war die erste Gruppe und dann kommen jetzt diejenigen rein, die quasi mit dem Smartphone auf dem Wickeltisch schon groß geworden sind, die vielleicht auch wissen, wie Programmieren geht, aber die sich im Zweifel sagen, ich kann mir doch das auch bei iTunes auf mein iPhone runterladen und die auch einen etwas anderen schon thematischen Zugriff mitbringen, die also sehr viel weiterreichend die politischen Diskussionen auch über dieses Feld Netzpolitik hinaus bestreiten wollen. Es gibt dann eine Auseinandersetzung in der Partei darüber, ob man eigentlich so eine kleine, feine Partei bleibt oder ob man sich programmatisch erweitert. Und diese Auseinandersetzung geht zugunsten, was auch ganz logisch ist bei einer solchen Verzehnfachung, der Verachtfachung der Mitgliedschaft, geht zugunsten letzterer Gruppe aus, die also sagt, wir müssen eigentlich sehr viel weiträumiger Programmatik aufgreifen. Und es ist so, dass es bei den Piraten eben diesen Wurzelgrund gab und dass man eben nicht anfing, über so ein Wertegerüst zu gehen, sondern man versuchte sich zu nähern, über die programmatischen Bausteine, die man schon hat, das politische Feld zu erweitern. Also ein Stichwort, was dann bis heute durchträgt, ist dann Netz- oder Plattformneutralität, aus dem sehr viel abgeleitet wird. Das ist die Freiheit im Internet, also ein Freiheitsbegriff, der dann auch versucht wird, in anderen Politikfeldern umzusetzen. Und das Problem ist, diese Gruppe hatte dann, was heißt Problem? Sie hatte dann Erfolg in Berlin gehabt und das Problem für diese Gruppe ergab sich dadurch, dass die Mitgliedschaft sich nochmal verdreifachte, dass nochmal ganz neue Leute in die Partei hinein strömten, die das, was sie skizziert hatten, die auch ein bisschen diese Partei stärker als Projektionsfläche begriffen haben, für alle möglichen, übrigens auch widerstrebenden Ansätze. Das führt dann dazu, wenn wir uns die Wählerschaft anschauen, die Piratenpartei ist die einzige Partei in Deutschland, in der mehrheitlich die Wähler, nicht die Mitglieder, die Wähler fürs Betreuungsgeld sind, obwohl die Partei es dezidiert mal abgelehnt hat. Das zeigt schon so ein bisschen, wie so Projektionsfläche dann dort funktioniert. Und die bringen jetzt aber ganz, ganz vielfältige Themen mit, die also über diesen Kern der Partei, also sowohl das Netzpolitische, als auch diesen freiheitlich-liberal-libertären Ansatz hinausgehen. Und das führt natürlich dazu, dass in der Konsolidierungsphase, in der die Piratenpartei sich weiterhin befindet, es eine gewisse thematische Kakophonie gibt, aber auch eine fehlende Stringenz bestimmter Programmdebatten und es im dritten Feld das Problem gibt, was ist das organisatorische Zentrum, was dieses zusammenführt. Ich habe die Kurzfassung auch dieser Studie von Herrn Hönigsberger und Herrn Osterberg gesehen, da gibt es dann durchaus den Hinweis, und Sie haben das ja auch gesagt, im Prinzip gibt es genug Material. Und die spannende Frage ist, wie wird das jetzt zusammengeführt? Joachim Raschke hat mal in Bezug auf die Grünen dann von einem organisatorischen Zentrum gesprochen. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Schwierigkeit, dass man jetzt so im Prinzip drei völlig verschiedene, auch sozialisierte Gruppen hat, denn es ist natürlich auch so, in der dritten Welle, die jetzt dazukommt, sind natürlich auch, wir haben das mal als Glücksjäger bezeichnet, ja auch durchaus der eine oder andere dabei, der sagt, eigentlich ganz interessant, eine Partei, die bei den Umfragen mal bei 13 Prozent schauen, kann man ja was werden. Das ist ein bisschen legitim. Joschka Fischer hat sich bekanntlich 82, 83 auch für die Grünen entschieden, als der Bundestag aufgelöst wird. Also wer da jetzt spotten will, muss dann auch immer vorsichtig in diesen Räumen dann glaube ich sein an der Stelle. Also von daher ist das jetzt aber auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir sehr unterschiedliche Interessen, sehr unterschiedliche Herkünfte haben und dass dieses Ganze vor allen Dingen sehr schubförmig in die Partei hineingeströmt ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ganz, ganz viele Bereiche, die programmatisch diskutieren, wir haben aber relativ wenige verbindliche programmatische Antworten in der Partei, weil das, was programmatisch niedergelegt ist, finden Sie im Grundsatzprogramm, was im Wesentlichen immer noch Kern dieser ersten Generation ist und wo Sie jetzt schon was zum Wahlprogramm quasi vorgelegt haben, also Sie haben ja in Offenbach schon ein paar Bausteine, wenige beschlossen, insbesondere dieses bedingungslose Grundeinkommen als Perspektive zu formulieren, da ist dann doch erkennbar, dass da noch die zweite Generation eine Rolle spielt und jetzt ist die spannende Frage, wie führt man das zusammen, diese unterschiedlichen Erfahrungswerte zu einem halbwegs konsistenten Programm? Insofern kann ich das unterstreichen, aber eben auch mit dieser quasi Erklärung. Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt Sabine Brauer fragen nach ihren Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen mit den Piraten und dann Bernd Schlömer die Gelegenheit geben, das ganze Bild zu kommentieren, das ganze Bild zu kommentieren und zu sagen, ob das mit Ihrem Selbstbild zusammenstimmt oder ob das vollkommen neben Ihrer Wahrnehmung von der Piratrealität liegt. Ich bräuchte einen Stift aus dem Auditorium, weil ich mir doch jetzt einige Notizen machen muss. Danke. Ja, da wird es ja gleich was zu tun geben. Ich muss noch einen Punkt kurz zu mir sagen. Ich will mich nicht mit fremden Titeln schmücken. Ich bin nicht im Parlament in NRW, ich bin die politische Landesgeschäftsführerin, also die Parteiseite. Nur nicht, dass meine Kollegin Sigrid Bär hallo an dieser Stelle wütend auf mich ist. Bekomme aber natürlich dennoch trotzdem mit, was im Landtag so läuft und beobachte das natürlich sehr intensiv. Und ich meine, bei uns in NRW sind die Erfahrungswerte ja jetzt noch nicht so lange. Die Piraten sind relativ kurz erst im Landtag. Und ich fand das jetzt aber sehr interessant, noch mal politikwissenschaftlich auch die Generationen aufgedröselt zu bekommen. Sehr spannend. Und vor allem kann ich da nur anknüpfen, was ich schon merke, wenn ich mal so von oben drauf gucke, würde ich sagen, im Moment fehlt dieser Fraktion einfach die programmatische Klammer. So muss man das einfach sagen. Deswegen auch so eine Frage, Zukunft, sind die in Zukunft Kooperationspartner, wie auch immer, das lässt sich sehr schwer beantworten, kann ich an der Stelle nur sagen. Auf der einen Seite, es gibt natürlich Leute, wo ich schon sagen würde, das sind auch ehemalige Grünwähler, die sind uns irgendwie programmatisch nah. Ja. Und wir haben uns gerade nur kennengelernt, aber so ein Typ hier wie der Bernd Schlömer, würde ich sagen, ja, das würden uns wahrscheinlich politisch was zu sagen haben. Ich beobachte auf der anderen Seite eine Reihe von Leuten, die ich als, ich würde fast sagen, als unpolitisch empfinde, zumindest inhaltlich, weil es ihnen vielfach nur um Verfahrensfragen geht. Und ich will das jetzt nicht so lächerlich machen, aber wenn man wirklich guckt, was kommt rüber, auch in den Medien, dann ist es schon merkwürdig, wenn sozusagen die Frage, welche Getränke gibt es in der Landtagskantine und macht das Plenum eine Mittagspause, das ist schon, ja, es passt nicht ganz zu dem Anspruch, eine neue Fraktion kommt in einen Landtag und macht jetzt mal richtig was los. So, da kommen dann Sachen zum Beispiel erst vor ein paar Tagen, der Vorwurf, dass Google die Mails der Landtagsabgeordneten verfolgen oder lesen kann und bietet sich dann allen anderen Fraktionen an, sozusagen, da als Anwalt zu fungieren. Und da fragt man sich dann so ein bisschen, hätten die Piraten nicht lieber die IT-Abteilung des Landtags übernommen an der Stelle, als da als Fraktion zu agieren. Bis hin zu Sachen, wo ich sagen würde, da gibt es auch Leute und das ist dann sozusagen die Kakophonie, wie Sie gerade gesagt haben, die sind uns wirklich richtig fern. Also da gibt es so ein paar Sachen, da würde ich sagen, da gibt es knallharte neoliberale Ansagen in Feldern, wo selbst mit der FDP zu reden ist und ja, das ist so ein bisschen... Kannst du das mal ein bisschen erläutern? also im Rechtsausschuss beispielsweise gibt es gerade eine Diskussion, um darum, ein Unternehmensstrafrecht einzuführen, weil das ist ein großes Problem, dass in Unternehmen kriminelle Geschäftsführer nicht richtig belangt werden können. Ich versuche es mal sehr zu verkürzen und da bräuchte man eigentlich ein eigenes Strafrecht für. So und da hat die FDP, sag ich mal, kritisch positiv darauf reagiert und sich damit beschäftigt. Ja und der Pirat in dem Ausschuss hat das Ganze als schädlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland qualifiziert und ja, im Prinzip sozusagen seine schützende Hand über kriminelle Geschäftsführer gelegt. Das finde ich, das passt auch irgendwie nicht. Also das hat auch zu meinem Bild von Piraten bisher nicht gepasst. Das ist die eine Geschichte, da gibt es noch ein paar andere Sachen und was dann einfach nochmal hinzukommt, sind Sachen, dass, ja, die Fraktion agiert eben nicht als eine Organisation, sondern als viele Einzelkämpfer, Kämpferinnen. Ich weiß nicht, wie das in Berlin sozusagen NRW-Politik wahrgenommen wird, aber es gab vor einigen Wochen eine der ersten Aktionen der Piraten, ja die Klage unter anderem von zwei NRW-Abgeordneten gegen unseren Finanzminister Norbert Walter-Borjans wegen der Steuer-CD, Steuersünder etc. Wo dann auch eine Situation entstanden ist, die beiden haben geklagt und die Fraktion hat sich dann schleunigst von ihren eigenen Abgeordneten distanziert und das war so dann eine der ersten Geschichten, die auch in den Medien aufgeschlagen sind. Und das ist so ein bisschen das Problem, ich glaube auch grundsätzlich ein Problem von Fraktionen, wie weit können einzelne Abgeordnete ihre Meinung vertreten und wie weit muss man aber es eben schaffen, doch diese Klammer, von der ich sprach, zu haben, um eben auch als Organisation aufzutreten und auch ein Partner sein zu können damit. Vielen Dank. Dann schlimmer, das war jetzt viel Stoff. Wenn man das versuchte, in der Nussschale zusammenzuziehen, dann war ja die Aussage, dass die Piraten noch in einem doppelten Prozess der Parteiwerdung sind, bei dem nicht ganz klar ist, ob der erfolgreich sein wird, einmal programmatisch, sagen, aus einer Vielzahl von Diskursen, die in der Partei geführt wird, ein konsistentes politisches Programm zu entwickeln, dass, sagen, auch jenseits von Netzpolitik Antworten gibt auf zentrale, gesellschaftliche bis hin zu internationalen Fragen. Die Frage ist, wollen Sie das? Wollen Sie zu einer Breitbandpartei werden und glauben Sie, dass es da einen spezifischen Ansatz der Piraten gibt? Also was wäre das Spezifikum, was dann die Piraten von den anderen politischen Kräften unterscheidet? Und, sagen, die zweite Häutung ist im Grunde ja eine organisatorische, nämlich die Frage, schaffen es die Piraten sich zu professionalisieren im Sinne handlungsfähiger Strukturen und Personen, die als Autorität nach innen und nach außen respektiert werden oder ist das auch etwas, was auf so heftige Widerstände in der Partei stößt, weil man ja anders sein wollte, Antiparteienpartei sein wollte, so wie die Grünen zu Beginn ihrer Geschichte, dass das möglicherweise gar nicht funktioniert und was ist eigentlich dann? Verschleiß, maximaler Verschleiß von politischem Personal. Also Sie haben nicht gerade zur Reduzierung des Problems beigetragen. Das ist in der Tat jetzt sehr viel gewesen und ich versuche das jetzt mal in meinem bescheidenen subjektiven Dasein zu ordnen und auch zu beantworten. Ich versuche dann zugleich auf alle Stellungnahmen einzugehen. Die Piratenpartei ist eine Partei und auch kein Parteiversuch. Sie ist auch keine Antipartei, sondern sie ist eine Partei, wie es das Parteiengesetz vorsieht. In diesem Sinne hat sie professionelle Strukturen. Ich will die Piratenpartei auch als professionelle Partei beschreiben. Wir haben wenn wir uns den Nicht-Kernleistungsbereich anschauen, der Kernleistungsbereich ist die politische Meinungsbildung, die Sie analysiert haben, sondern die unterstützenden Bereiche Verwaltung, Finanzadministration, Support, sicherlich sehr gute und profilierte Strukturen, mit denen wir uns auch mit anderen Parteien messen können. Uns gelingt es sehr wohl und ich glaube in sehr effektiver Weise mit Hilfe dieser Strukturen politische Meinungsbildung zu betreiben. Wir unterscheiden uns in unserer Form durchaus von anderen Parteien. Das möchte ich anhand eines Beispiels, bevor ich jetzt mal auf die einzelnen Punkte eingehe, kurz beschreiben. Ich beschreibe die Piratenpartei als Netzwerkorganisation. Das bedeutet, dass die Parteistrukturen die Hauptprozesse dafür Sorge tragen müssen, dass die politische Meinungsbildung innerhalb der Partei in Netzwerken, an Synapsen organisiert, durchgeführt werden kann und auch erfolgreich dann in der Formulierung von Meinungsbildern und Programmatik mündet. Es treffen sich an diesen Synapsen Menschen, die bestimmte identische Probleme, Herausforderungen sehen und an diesen dann arbeiten. Insoweit unterscheiden wir uns vielleicht auch von anderen Parteien, die für solche programmatische Arbeit Gremien ausgeprägt haben, im Sinne von Organen. Die Piratenpartei hat keine Organstruktur, sie hat ein Organ, den Bundesparteitag, sie hat ein Organ, den Bundesvorstand und Landesvorstände, aber sie hat beispielsweise keine, es gibt noch einen Finanzrat jetzt, aber es gibt keine darüber hinaus tätigen, wichtigen, bedeutenden Organstrukturen, die die politische Meinungsbildung mit organisieren. Insofern sind alle ihre Deutungsmuster, in denen sie nämlich ihre eigenen Erfahrungswerte zugrunde legen, um die Piratenpartei zu beschreiben, aus meiner Sicht gehen sie ins Leere. Das wäre ein Stück weit auch eine Antwort auf die Studie, die sie erarbeitet haben. Ich will das jetzt nicht relativieren, ich finde es sehr wichtig, weil es nämlich für uns auch einen wichtigen Beitrag bedeutet, wie andere uns sehen und dazu haben wir auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren, zu kommentieren oder uns zu hinterfragen, machen wir eigentlich die richtigen Dinge als Partei. Natürlich besteht die Piratenpartei aus normalen Menschen. Wir sind niemals mit dem Anspruch angetreten, anders zu sein als andere politikinteressierte Menschen. Aber es gibt ein sehr wichtiges Kriterium, was Sie gar nicht genannt haben und es kommt, glaube ich, in der Piratenpartei sehr deutlich zum Tragen. Die 34.000 Menschen zeigen ein überdurchschnittlich signifikantes Politikinteresse. Es sind Menschen, die sich für politische Sachverhalte, Fragestellen und Probleme interessieren und das versuchen im Rahmen einer Parteiarbeit, wie sie auch immer organisiert ist, zu lösen. Diese Eigenschaft haben Sie nicht genannt. Menschen, die Interesse haben, an politischen Fragestellungen zu arbeiten. Das ist letztendlich ein Kriterium, was Sie nicht genannt haben, aber sehr wichtig. Wenn Sie Wähleranalysen oder Mitgliederanalysen sich anschauen, wird es immer wieder ein Kriterium sein, dass diese Menschen beteiligt werden wollen an der Lösung sozialer gesellschaftlicher Probleme. Deswegen interessieren sie sich für die Piratenpartei und engagieren sich auch bei der politischen Meinungsbildung. Die Piratenpartei benutzt darüber hinaus normale Begriffe, weil sie als normalen Menschen gleichen Assoziationsbedingungen unterliegt. Wir haben die gleiche Schule durchlaufen, im Grunde reden wir auch die gleiche Sprache. Warum sollten wir eine andere Sprache sprechen, wenn wir die gleichen Schulen, Hochschulen und die gleichen Ideologien durchlaufen haben, als die Grünen oder die Sozialdemokraten oder die Christdemokraten. Natürlich haben wir dann das identische Vokabular, weil unsere Äußerungen in Ort, Zeit und kulturellem Hintergrund identisch sind mit dem ihrer Mitgliederschaft, also wie den Grünen. Da gibt es keine Unterschiede, deswegen werden wir hier auch als normal wahrgenommen. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, wie gesagt, weil wir alle die gleiche schulische Sozialation, identischen beruflichen Wege durchlaufen haben und werden sie auch nichts Neues entdecken. Das führt mich zu einem Schwachpunkt ihrer Studie. Ich muss mich jetzt auch outen, ich bin Sozialwissenschaftler und Kriminologe und habe, jetzt kurz zum Hintergrund, Textanalysen betrieben im Zusammenhang mit Kriminalprognose Gutachten. Ich kenne mich sehr gut mit Textanalysen aus und was mir so ein bisschen fehlt, ist das, was ich im hermeneutischen Neues, also qualitative Zugänge. Sie können sehr wohl über Textanalysen Sinnzusammenhänge der Fragen, das ist nicht geschehen, Sie zählen Wörter und diese Wortzählung deuten Sie nach eigenen Erklärungsmustern, die Sie hier nicht offenlegen. Das ist meine Grundkritik an der Studie und jetzt kommt, ich muss jetzt auch ein bisschen zurückschießen, wobei ich freundlich behandelt werde, ich will das gar nicht, wir sollen ja hier alle uns gut verstehen. Ich begreife solche Studien auch ein Stück weit als taktische Normalisierungsversuche. Andere Parteien wollen uns als normale Partei darstellen, weil wir dann mit Ihnen im normalen Wettbewerb stehen und ein bisschen entzaubert werden. Dem versuche ich mich natürlich auch zu entziehen. Aber das wäre meine methodische Kritik an der Studie. Ich würde weiterziehen, ich muss das jetzt ein bisschen auch unstrukturiert machen, weil sehr viele Informationen auf mich zur Verfügung stehen und Sie erwarten alle auch eine Antwort auf das, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass die Piratenpartei aus Menschen besteht, die jungen in der Politik sind oder jungen Jahren. Und das ist auch ein Kriterium, das hier auszeichnet. Das Durchschnittsalter beträgt 37 Jahre. Wir haben uns in den Entwicklungsstufen weiterentwickelt. Ich gehöre zu der Generation, die an der Schwelle von der ersten zu zweiten liegt. kurz vor dem ersten Hype bin ich eingetreten. Wenn ich mir die damalige Struktur der Piratenpartei anschaue, auch die Altersstruktur, wie viele Menschen sich dort organisiert haben und wenn ich die politischen Zugänge, Philosophien und Verständnisse dieser Mitglieder mir anschaue, so zeigt sich eins, dass die Piratenpartei in ihrem Fundament sich auch unterscheidet von anderen Parteien, weil sie das, was sie alle hier vortragen, nicht hat. Sie suchen nach einem vorwissenschaftlichen Verständnis, einem Fundament, einer Ideologie, einem Kitt, was die Piratenpartei zusammenhält und das haben diese jungen Menschen in der Regel nicht gehabt. Sie sind an lebenspragmatischen Politik. Aber was hält sie dann zusammen? Ich werde darauf eingehen, mein Deutungsmuster, das ist allerdings mein subjektives Deutungsmuster, das trete ich aber auch überall breit. Manche mögen das, manche Ich glaube, dass insofern der Zugang zur Piratenpartei nicht gelingen wird, indem sie einen bestimmten Kit, ein Fundament, einen Zugang suchen, sondern es sind Menschen, ich nehme jetzt mal die Shell-Studie, es zeigt es auch, wenn sie politisches Verständnis von jungen Menschen, Wertehaltung im Rahmen der Shell-Studie, das ist eine große Jugenduntersuchung, sich anschauen, dann werden sie feststellen, dass viele junge Menschen nicht ideologisiert sind, sondern unterschiedliche Werteerhaltung haben, eher an lebenspragmatischen Modellen, interessiert sind, auch an Lösungen für gesellschaftliche Fragestellungen und das würde ich am ehesten mit der Piratenpartei vergleichen. Also ich bleibe bei der These, wir sind schon ein bisschen anders als die anderen Parteien, das macht uns auch so interessant. Wenn Sie mich aber fragen, wie man die Piratenpartei beschreiben kann, benenne ich immer drei Aspekte, die ich aus der Analyse der Piratenpartei, ihre Mitglieder und den vielen Diskursen, die ich auch führe, gewonnen habe. Ich beschreibe die Piratenpartei immer als eine Partei, die sehr stark geprägt ist von einem politischen Liberalismus, von liberalen Grundvorstellungen. Im Mittelpunkt ein Individuum, das selbstbestimmt leben, entscheiden und handeln kann. Das ist ein stark liberaler Ansatz, den Sie auch, glaube ich, beschreiben und auch in Ihrem Grundwerte Topos wird auch der Begriff der Freiheit auch an exponierter Stelle auf. Zugleich, und damit kausal zusammenhängend, ist die Piratenpartei eine Partei, die ein staatsskeptisches Handeln verfolgt. In dem Sinne, dass der Staat sich in die individuellen Angelegenheiten nicht unbedingt überall einmischen soll. Im Bereich der Überwachung und Kontrollinstanzen, der Kritik an diesen, wird es sehr deutlich, es wird sehr deutlich am Instrument der Vorratsdatenspeicherung beispielsweise. Und zum Dritten ist die Piratenpartei eine Partei, die sich dennoch oder vielleicht auch dennoch damit auszeichnet, dass sie solidarisches Handeln, soziale Verantwortung für sich in Ansprung nimmt. Auch in diesem Sinne ein Stück weit auch eine Daseinsfürsorge, ausgedrückt in der Prominenten, das taucht in ihren Übersichten ja auch auf, ihre Prominentenforderung nach einem System sozialer Sicherung, einer neuen Alternative, ausgedrückte bedingungslosen Grundeinkommen. Und in diesen drei Kriterien, sozial, staatsskeptisch und liberal finde ich die größten Beschreibungsansätze, die größten Deskriptoren der Piratenpartei und würde darauf aufbauend auch die Programmatik der Piratenpartei erklären. Denn alles andere, was in der Programmatik beschrieben wird, sind dann Voraussetzungen, Bedingungen für gesellschaftliche und politische Teilhabe, die das Erreichen dieser drei Zustände fördern sollen. Und das wäre so etwas wie eine Grundphilosophie, ein Fundament, ein Kitt, wobei ich das nicht ideologisch verstehe, sondern ich verstehe es vielmehr als Deskriptor einer Bürgerrechtsbewegung, einer Bürgerbewegung, die über nationale Grenzen hinweg agiert. Das soll es vielleicht zu politischen Einordnungen sein. Was ich jetzt noch zu Ihnen sagen oder über Ihren Beitrag sagen kann, ist, in der realpolitischen Praxis zeigt sich, das muss man auch wissen, die Piratenpartei erkennt keinen Fraktionszwang. Insofern sind Beschreibungen von politischen Agieren von Piraten in Parlamenten unter dieser Perspektive betrachtet werden. Da gibt es immer dann auch Menschen, die ihrem freien Mandat nachgehen. Wir betrachten das auch als Gewinn im parlamentarischen Diskurs, dass es keinen Zwang gibt, geschlossen abzustimmen, sondern jeder Abgeordnete einer Piratenfraktion ist allein seinem Gewissen unterworfen und kann sein freies Mandat ausüben. Das, was Sie beschreiben, dass die Piraten an technischen Fragestellungen insbesondere interessiert sind, kann auch damit zusammenhängen, dass Sie mit Naturwissenschaftlern gesprochen haben, das sind die Lösungsstrategien, die Menschen haben, dass sie versuchen, Verfahrenswege zu optimieren, um dann politische Lösungsansätze zu kreieren. Das kann eine Einzelwahrnehmung sein, ich erlebe die Piraten in der Breite als sehr politische Partei und als sehr debattenfreudige Partei und als eine Partei, die sehr stark auch an der politischen Diskurs interessiert sind und das ist mein persönliches Erleben. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander gewesen, aber Sie haben solche Dinge gesagt, dass ich auf alle Dinge einmal Antwort geben wollte. Daran knüpfen wir jetzt an. Ich habe nochmal zwei Mindestrückfragen. Wenn man bisher erfolgreiche Parteigründungen Revue passieren lässt, dann kreisten die ja eigentlich immer um eine große Idee, die sozialdemokratische sozialistische Tradition mit sozialer Gleichheit, Gerechtigkeitsidee, dann haben Sie konservative Grundströmungen mit Patriotismus, Sicherheit und solchen Begriffen, Verantwortung sagen Assoziierte, Sie haben den Liberalismus als große politische Tradition in Europa, das sind alle Strömungen, die im Grunde, Königsberger sagte das vorher schon 200 Jahre alt sind und die erfolgreichste Neugründung der Nachkriegsgeschichte waren die Grünen, die sich um eine neue große Idee herum organisiert haben, die Triebkraft war, nämlich die ökologische Herausforderung und das verstanden haben als eine neue Achse des Politischen, als eine Art Querschnittsthema, von dem sie aus andere politische Felder neu buchstabiert haben, also die Idee der Nachhaltigkeit, kann man auch Finanzpolitik, Wirtschaft und so weiter durch buchstabieren, da kommen natürlich alle diese anderen Elemente in unterschiedlichen Mischungen rein, die Sie auch genannt haben, die Frage ist, was ist die große Idee der Piraten und ich habe mir in meiner Naivität vorgestellt, es ist doch der Versuch, die Gesellschaft und die Politik von einem Punkt aus neu durchzubuchstabieren, nämlich der digitalen Revolution, das spielte jetzt wiederum in Ihrer Selbstbeschreibung gar keine Rolle, das hat mich verblüfft. Ja, das war ja nicht absichtlich, wahrscheinlich, weil es auch von mir als zu normal wahrgenommen wird, ich habe es ja versucht, die politische Meinungsbildung darzustellen, natürlich ist das auch ein Kernelement der piratischen Politik, dass sie versucht, an der Schwelle eines digitalen Zeitalters in einer Informationsgesellschaft die Möglichkeiten so zu nutzen, dass die Bürger viel stärker als bislang positiv auf Entscheidungsverfahren einwirken können. Das habe ich so als selbstverständlich muss man sagen, gesagt, dass ich es auch gar nicht mehr gesagt habe, das ist natürlich auch eine der Kernkompetenz und auch Kernforderung der Piraten, Sie hatten es auch genannt, mit Demokratie, mit dem Stichwort Demokratie, das hat mich versäumt zu beschreiben. Ich würde Ihnen aber an einem Punkt widersprechen wollen, die Grünen haben ja auch nicht eine Philosophie gehabt, ich beschreibe die Grünen immer als, auch als, früher waren es bunte Listen, die Grünen sind entstanden aus der christlichen Friedensbewegung, der Anti-Atomkraft Bewegung und der Frauenbewegung. Es ist nicht ein Strom, die Grünen eine Idee, sondern es sind auch heterogene Punktpartei, das ist ja klar, sie waren immer eine Koalition unterschiedlicher sozialer und politischer Bewegungen, aber die haben sich zusammengefunden, sagen, in einer wirklich neuen Fragestellung, die quer lag zu der bisherigen politischen Landschaft. Herr Watt. Würde ich unterstreichen, wir waren ja als Akteure damals oft genervt von der Vielfalt der Interessen und Ideen, die dort reingebracht worden sind, aber es war Grundkonsens in allen Strömungen bei den Grünen, dass Ökologie und die neue ökologische Frage, dass das der Fokus ist, auf das sich alles entzündet. Darum heißt die Partei ja sowieso und hat auch das Symbol dieser Sonnenblume, dass sie hat, deswegen ist die Frage von dem Ralf vollkommen berechtigt, was ist die zentrale neue große Idee. In irgendeinem Zwischenpapier, als wir mal referiert haben, haben wir mal hineingeschrieben, möglicherweise gehen die Piraten mit den neuen Technologien, mit diesen miniaturialisierten Technologien so euphorisch, auch illusionär um wie die Sozialdemokratie wie seinerseits mit den großen Technologien des industriellen Zeitalters. Wenn das der Fall wäre, also dass sie aus der neuen Technologie eine Idee schmieden, wie die Sozialdemokratie seinerzeit aus der großen Industrie, die man dann bloß noch vergesellschaften musste oder verstaatlichen musste, um das Glück der Menschen durch die Eroberung dieser Potenziale sicherzustellen, dann hätten sie unter Umständen eine technologisch zentrierte große Idee, aber da wiederum sagen uns unsere Einsichten in ihr opulentes Material, das sie zur Verfügung stellen, das haben sie nicht, so führen sie die Technologie Debatte nicht, dass sie auf eine große Idee zuspitzen. Ralf, darf ich dann noch ein paar Sachen antworten? Natürlich, zur Studie. Also, wir hätten in diese Studie gerne 50 Seiten Methodenteil hineingeschrieben, weil das ist eine nicht voraussetzungslose, sondern voraussetzungsreiche Methodik, die wir da versuchen anzuwenden, aber die ganze Studie sollte ja nur 50 Seiten lang sein. Deswegen stehen also nur 5 Seiten drin, eins, damit das auch allen klar ist, ist, ich weiß nicht, wo Sie das jetzt herhaben, wahrscheinlich ist das unkomplett aus diesem Dokument, die Spezialität dieser Studie ist, dass sie einerseits statistische Auswertungen auf großem Niveau macht, also bei 200.000 Textzeiten und auf der anderen Seite dieses genau mit dem Verknüpften, was sie verlangt haben, nämlich mit einer qualitativen Auswertung von Textpassagen, von der Kontextualisierung. Das ist die Spezialität, nur was dann das methodische Problem einer solchen Studie ist, wenn Sie also eine solche Fülle von statistischen Daten haben, 15.000 Passagen zur Demokratie, wie machen Sie dann eine qualitative Auswertung? Das ist dann ein großes Problem, da können Sie dann nur noch mit Stichproben oder mit qualitativen Auswertungen in einzelnen Sektoren, in einzelnen Mailinglisten zum Beispiel operieren, aber das ist der Grundzug der Studie, quantitative und qualitative zu kombinieren. Das wollte ich nur noch mal, um da kein Missverständnis kommen zu lassen, notiert haben. Und der zweite Punkt ist der, dass wir so in der Studie was auf der sprachlichen Ebene auf die Normalisierung Wert legen oder das betonen. Da kann ich Ihnen einerseits nur zustimmen, genau so wie Sie das beschrieben haben, ist das. Wir sind alle Kinder eines gleichen Sozialisationsraums. Nur wenn Sie dann doch, was wir gemacht haben, genauer durchlesen, mit welchem Gestus des Neuen und mit welchem Anspruch auch neuer Denkweisen Ihre Freunde und Mitglieder, Sympathisanten in diesem Netz auftreten, dann ist natürlich die Frage schon berechtigt, ist eigentlich diese Selbstinszenierung, dieser Selbstanspruch berechtigt? Und wir sagen nichts anderes. Sprachlich gesehen ist er nicht berechtigt und Sie haben aber dafür eine Deutung geliefert, warum das so ist, mit der ich mal so sehr einverstanden sein kann. Nur der Hinweis ist aus der Situation heraus generiert, dass ein Gestus des Rebellentums, des Neuen, des Revolutionären auf Ihren Webseiten gepflegt wird, der manchmal sogar komisch anmutet und dem wird entgegengehalten, dass Sie sprachlich, begrifflich, normativ nichts Neues liefern, sondern natürlich auf den Schultern, wie wir alle von Riesen stehen, die schon alles ausgedacht haben. Okay. Selbst das Deutungsmuster kann subjektiv sein, dass Sie sagen, dass Sie es als rebellisch wahrnehmen, ist gar nicht so. Aber selbst das kann Ihrem Deutungsmuster unterliegen, dass Sie sagen, das ist rebellisch, ist aber gar nicht so. Aus meiner Sicht haben wir nie den Anspruch gehabt, rebellisch oder revolutionär tätig zu sein. Also wir haben eine ganze Liste von Selbstdeutungen, die holt man dann qualitativ heraus, da fragt man, die Piraten sind, die Piratenpartei ist, da kriegen Sie hunderte Statements und da kommt eine Liste von euphorischen und, wie ich finde, überzogenen Beschreibungen zustande, in dem das Rebellische zum Beispiel durchaus eine Komponente ist. Aber das ist vielleicht konstitutiv für Neugründungen, dass man sich immer in einem gewissen Überschwang über sich selbst zu sagen befindet. Vielleicht darf ich noch eine, weil ein Punkt fehlt, weil Sie da auch nachfragen. Es gibt natürlich einen Punkt, der auch nicht genannt worden ist, den ich jetzt auch versäumt habe, nochmal in der Gesamtbeantwortung, Gesamtstellungnahme zu berücksichtigen. Die Piratenpartei ist ja gegründet worden mit der Forderung, ein anderes Urheberrecht zu installieren. Das ist also der Ursprungsgedanke der schwedischen Gründung. Die Piratenpartei war von vornherein keine nationale Bewegung, sondern ist in Schweden gegründet worden und dann einige Monate später zunächst in Österreich und dann in Deutschland. Und sie ist getragen von der Idee, Wissen, Information und Kultur frei zur Verfügung zu stellen. Das ist auch der Kerngedanke, der die ersten Jahre, die erste Phase der Piratenpartei lebendig und inhaltsreich begleitet hat und ist jetzt auch noch Kernelement und auch Kernforderung der Piraten. Der freie Zugang zu Wissen, Information und Kultur. Nicht zu Musikdateien, sondern zu Wissen. Ein wissensorientierter Ansatz. Vielleicht beantwortet das auch noch ein Stück weit Ihre Frage. Gut, ich würde jetzt gerne Stefan Klecher noch mal ins Gespräch ziehen. Erstens wäre ich interessiert an dem Kommentar Ihrerseits, was Sie jetzt gehört haben vor dem Hintergrund Ihrer eigenen intensiven Beschäftigung mit der Materie. Ich würde gerne aber zweitens noch mal auf einen speziellen Punkt kommen. Sie haben in einem Aufsatz in Cicero, den Sie zusammen mit einem Kollegen geschrieben haben, vom Professionalisierungsdilemma der Piraten gesprochen. Ich hatte das vorhin kurz angetippt. Das hat Bernd Schlömer dann weggewischt. In einer kurzen Formel, wenn die Piraten sich behaupten wollen, wenn sie weiterhin in Wahlen erfolgreich sein wollen, wenn sie parlamentarisch erfolgreich arbeiten wollen, müssen sie sich professionalisieren. Und wenn sie das tun, entfremden sie sich gleichzeitig von ihrem Gründungsimpuls und von einem mehr oder weniger großen Teil ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder. Würden Sie das noch so scharf beschreiben? Und wo sehen Sie die Partei da heute in diesem Widerspruch? In Teilen hat Herr Schlömer das ja selber beschrieben. Also Sie haben ja am Anfang Ihres Statements nochmal deutlich gemacht, also eigentlich sind wir eine ganz normale Partei. Parteiengesetz, gucken wir uns an, ist alles vorhanden, weitere Diskussionen müssen wir nicht stellen, sind keine Antiparteienpartei. Gleichzeitig haben Sie aber auch erwähnt, legen Sie ja nicht die Folie auf uns an, die man für andere Parteien anlegt. Also das ist im Prinzip ein Teil, glaube ich, auch dieses Dilemmas, was da vorhanden ist. Wir haben das nicht, wir haben nicht gesagt, es ist zwingend die Voraussetzung, dass die Partei Erfolg hat, sondern wir sagen, sie steht eigentlich an der Stelle momentan vor einem richtig großen Problem, weil einige Dinge und das sagen ganz viele Piraten, muss man irgendwie professionalisieren. Also man braucht irgendwie sowas wie ein Verwaltungsapparat, weil der Verschleiß an Personal ist doch immens, an ehrenamtlichem Personal, da braucht man sowas wie eine hauptamtliche Entlastung. Wir haben eine Situation, dass durch die Bildung der Fraktionen sich die Machtverhältnisse, ich nenne das mal Machtverhältnisse, in der Partei doch verschoben haben. Und zwar Macht möchte ich verstanden wissen im Weber'schen Sinne, also dass es letztlich nicht darum geht, also mit den Bajonetten das zu erkämpfen, sondern wir haben natürlich einen logischen, das haben wir in allen Parteien, Informationsvorteil von Fraktionen. Können Sie als politische Geschäftsführerin ja ein Lied von singen. Und die Frage, wie geht man damit um, wie kann eigentlich die Partei dem entgegentreten als organisatorische Institution oder Institution auch bitte in einem weiten sozialwissenschaftlichen Sinne verstanden. Und das ist natürlich ein Problem, weil man müsste ja dann doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht sich dann anders organisieren, als das bisher der Fall ist. Also, wo finden Diskurse statt? Sie haben zu Recht gesagt, man hat einen Bundesparteitag, das ist das einzige Organ, das verbindliche Beschlüsse in irgendeiner Form fassen kann. Kann kein anderes Organ in der Form fassen, weil der Bundesvorstand nicht satzungsrechtlich, aber faktisch sehr viel stärker sich zurückhalten soll den inhaltlichen Fragen. Wenn der Bundesvorstand oder auch ein Landesvorstand, also einer Fraktion gegenüber tritt, haben wir eine, ohnehin immer eine Machtasymmetrie und die wird noch dadurch verstärkt, dass sie selber sich ja dort organisatorisch zurückgeben. Das ist alles legitim, kann man alles machen, aber es wird natürlich für die Partei auf mittlere Sicht ein Problem sein, wenn Fraktionen dann eben besonders viel Wissen angesammelt hat, besonders viel auch Expertise hat, besonders viel auch an politischer eigener Kultur hat und natürlich auch bestimmte Vorteile des Parlamentarismus kennenlernen, auch die Schattenseiten, aber bestimmte Vorteile dann auch genießt, ich sage mal Informationsvorsprünge, die man dann auch, mit denen man auch spielen kann, privilegierte Zugänge zu Medien und dann werden sie immer vor dem Problem an der Stelle stehen, da müsste man eigentlich was ändern. Das spüren auch viele Piraten, dass es da ein Problem gibt, ein offensichtliches Problem, nur wenn man sich jetzt ändert, entsteht natürlich in der Tat das Dilemma, man wird ja auch gerade gewählt, weil man anders ist. Es ist ja ein Teil des Charms, dass die Piratenpartei ja nicht so funktioniert wie die anderen Parteien, dass sie eben also eine hohe Partizipationsmöglichkeit gewährt, dass es eben nicht so etwas wie Machtworte gibt oder ähnliches, das ist ja ein hoher Teil des Charms und die große Gefahr ist, wenn man jetzt sagt, wir professionalisieren uns, dann schmeißt man am Ende diejenigen Dinge über Bord, die ja gerade den Charm ausmachen unter Umständen. Also ich sage mal, Stichwort sowas wie, wie das ihre Parteitage alle als Mitgliederversammlung gestaltet sind, das ist ab irgendeiner Mitgliedergröße, wird das einfach logistisch schon schwierig, da überlegen sie ja über verschiedene Instrumente, aber man weiß, man muss da irgendwas ändern und eventuell ist ein Stück des Charms dann weg, wenn man es geändert hat und das Dilemma, was wir dann beschreiben, ist dann nicht nur diese Frage, sondern die Kehrseite, wir beobachten ein bisschen, das hängt mit den Fraktionen zusammen, das hängt aber auch mit Erfahrungsvorsprüngen bestimmter Mitglieder zusammen, dass wenn man jetzt nichts tut, sich eine Oligarchisierung dann doch in Teilen der Partei herausfindet, also eine informelle Machthierarchie, kann man sagen, kennen wir auch schon, gab es bei den Grünen in Teilen auch, aber bei den Grünen hatten wir natürlich immer, die Grünen waren ja finanziell schon mal ganz anders aufgestellt, also die 80er Jahre waren, was die Parteienfinanzierung angeht, haben den Grünen einen gewissen ökonomischen Sattel durchaus gewährt, den die Piraten nicht haben, der natürlich zumindest, ich sage mal, alles, was Verwaltungsaufgaben angeht, eine andere Möglichkeit auch der Festigung ermöglicht hat, die ihnen übrigens auch das Überleben nach 90 gesichert hat. Das wäre bei den Piraten nämlich deswegen auch ein großes Problem, dass man ja im Prinzip auch Sieg spielen muss. Also sobald das nicht mehr gelingt, wird das in dieser Organisation wahrscheinlich schwierig und das ist jetzt das Dilemma, was Sie haben, Oligarchisierung versus Hierarchisierung oder drohende Hierarchisierung, Professionalisierung versus Profanisierung. Das ist, glaube ich, ein relativ großes Problem, unabhängig von der Fragestellung, ob man jetzt eine klassische Parteienfolie anlegt oder nicht. Das ist zumindest mein Eindruck. Aber den können Sie gerne widersprechen. Ne, das wird eine der Herausforderungen sein. Ich will Ihnen gar nicht widersprechen. Ich bin doch nicht hier, um zu widersprechen, sondern wir wollen ja Ihre 90 Prozent. Ob Sie die erhalten, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt auch Erfahrungen sammeln, wie sich die Fraktionen jetzt auch entwickeln. Ob es zu einer Oligarchisierung kommt, wie Sie es beschrieben haben, vermag ich nicht zu beurteilen, zu bewerten, weil nach meinem Eindruck die Fraktionen ja alle gewonnenen Erkenntnisse auch frei zur Verfügung stellen. und wir mit Hilfe der digitalen Meinungsbildung, mit Hilfe des Internets natürlich besser, als die Grünen in den Anfangsjahren auch Wissen teilen können. Das heißt, viele, die früher nicht gehört wurden, sind natürlich jetzt hörbar und können sich auch bei der politischen Meinungsbildung, bei der Professionalisierung beteiligen. Wir haben, da gebe ich Ihnen auch recht, einen Nachteil. Die Grünen hatten einige Millionen D-Mark seinerzeit zur Verfügung, um ihren Aufbau professionell zu betreiben. Da haben wir einen Nachteil. Wir müssen auf Sieg spielen. Da gebe ich Ihnen recht. Wir verfügen zurzeit nicht über die Liquidität unseren Grundbetrieb, Verwaltung, Unterstützungsprozesse, so weit zu professionalisieren, dass wir dort bezahlte Kräfte einstellen können. Und das ist auf die Dauer, ich erkenne das ja auch als Vorsitzender, ich laufe ja nicht blind durch die Partei, erkenne ich natürlich auch, dass das mittelfristig nicht gut gehen wird, weil wir die Größe mittlerweile haben, dass wir auch professionelle Strukturen benötigen, weil wir können sie zurzeit nicht aufbauen. welche Rolle die Fraktionen bei der Unterstützung, hilfsweise Unterstützung spielen können, das kann ich jetzt noch nicht bewerten. Zurzeit finden sich die Fraktionen auch selber noch. Das hatten Sie beschrieben, das will ich auch nicht verleuten. Da gibt es sicherlich noch Selbstfindungsprozesse, die man abwarten muss. Das ist ein Stück weit ein Ritt auf der Kanonenkugel, aber wir müssen natürlich auch auf Sieg spielen und darauf hoffen, dass wir durch letztendlich gute, politische, innovative Beiträge, die den Bürger interessieren, dann auch Erfolg haben, sodass wir uns dann auch weiterentwickeln können. Aber das sind kritische Momente. Wir werden das ein Jahr noch schaffen können, aber da müssen wir auch irgendwie eine Entscheidung treffen. Sabine, bevor wir ins Publikum öffnen, würde ich dir noch gerne die Gelegenheit zu einem Kommentar geben in der Selbstverortung, die Banschlömer vorgenommen hat für die Piraten. Was ist sozusagen das ideelle Koordinatensystem, das Wertesystem, in dem sich die Partei bewegt? Würde ich sagen, sind zwei dieser drei Elemente, die er genannt hat, doch grün-kompatibel. Das eine ist sozusagen eine libertär-liberale Grundhaltung, die die Selbstbestimmung des Individuums ins Zentrum rückt. Das ist auch ein zentraler Leitwert in der grünen Programmatik. Das zweite war solidarisches Handeln, soziale Verantwortung, das Stichwort Daseinsfürsorge, was ja eher noch eine sehr traditionelle Form ist, soziale Teilhabe zu beschreiben, eigentlich eine paternalistische Form, Daseinsfürsorge. Und das dritte aber war Staatsferne, staatsskeptische Haltung. Da würde ich sagen, gibt es wirklich eine Diskrepanz, weil in meiner Lesart grüne Politik immer stärker regulatorische Politik geworden ist, also eine, die auf staatliches Handeln setzt. Wie siehst du das? Ja, also wir haben ja auch mal als andere Partei angefangen und ich würde auch immer noch heute für mich in Anspruch nehmen, dass die Grünen auch immer noch nicht, auch wenn wir natürlich an Normalisierung und etabliert sind, aber auch immer noch andere Strukturen haben als andere. Das finde ich auch gut. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich viele von uns Parlamentarier und machen ihre Arbeit und natürlich halten wir viele dieser Regeln ein, weil wir auch erfahren haben, wenn wir unsere Inhalte umsetzen wollen, dann gehört es dazu, in einem Parlament zu wirken und die Instrumente zu kennen und sie umzusetzen und dazu gehört sicherlich auch. Ja, an vielen Punkten machen wir Regeln. Ich weiß wie gesagt immer nicht, wie NRW-Politik hier wahrgenommen wird. Nichtraucherschutzgesetz ist gerade bei uns ein sehr umkämpftes Thema, wo uns das natürlich vielfach auch vorgehalten wird, wo wir aber eben auch sagen, die Selbstständigkeit des Individuums hat Grenzen, nämlich bei den Grenzen der anderen. Ja, das würde ich schon sehen und da stehen wir auch zu, wir machen Politik, wir haben Inhalte, die wollen wir eben auch umsetzen und sozusagen da will ich einen Schlenk nochmal zuvor hin machen, ich will gar nicht fordern, von den Piraten auch von keinen anderen, dass jetzt in jeder Frage Fraktionszwang herrschen muss, das ist überhaupt nicht mein Ansatz, ich bin auch dafür, dass möglichst offen und partizipativ Inhalte erarbeitet werden, aber irgendwann an bestimmten Punkten und an wichtigen Themen, das ist schon meine Erfahrung und da müssen wir glaube ich auch als Grüne zu stehen, muss man dann sich entscheiden und dann gemeinsam dazu stehen, um auch etwas umsetzen zu können. Die Grünen experimentieren doch gerade mit neuen partizipatorischen Formen, Urabstimmungen über Spitzenkandidatinnen und auch ist ja auch vorgesehen, dass man bestimmte programmatische Grundsatzfragen per Urabstimmung entscheiden lassen will. Wie erlebst du das? Führt das tatsächlich zu einer Vitalisierung, zu einer neuen Stufe von Beteiligung und Interesse in der Partei? Ja, das erlebe ich schon so. Ich war ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, aber ich nehme das von sehr vielen Mitgliedern wahr, dass sie das sehr positiv empfinden, dass unser Spitzenpersonal per Urwahl gewählt wird und das zeigt auch die Resonanz bei diesen vielen Urwahlforen, die wir gemacht haben und ich will auch sagen, wir haben ja damals schon auch als Grüne die politische Kultur ein Stück weit revolutioniert und sicher sind wir auf die Jahre auch hier und da ein bisschen faul geworden oder haben sich bestimmte Dinge so eingeschliffen und da erfinden wir uns aber auch gerade wieder ein Stück weit neu und da kommt vielleicht auch mal so ein Konkurrent, der einem dann auch aufzeigt, okay, da musst du vielleicht doch nochmal hingucken, aber generell auch durch neue technische Möglichkeiten erfinden sich die Grünen schon auch ein Stück weit neu nutzen das, wir haben ein Beispiel zu sagen, was jetzt ab ist von Urwahl und solchen Geschichten, wir haben in NRW Anfang des Jahres einen breiten partizipativen Prozess gemacht zum Thema Ladenöffnungszeiten, wo wir Mitgliedern und Nichtmitgliedern die Möglichkeit gegeben haben, sich dazu zu äußern und klar ihre Meinung zu sagen und das auch in einen Antrag eingeflossen ist und wir waren wirklich sehr positiv überrascht, weil ich glaube über 8.000 Menschen mitgemacht haben, also wir haben knapp 11.000 Mitglieder in NRW, also es war wirklich ein breiter Beteiligungsprozess und das ist ein Weg, den nicht nur wir, ich denke alle Parteien zukünftig weitergehen müssen. Vielen Dank, ich würde jetzt gerne Ihnen die Möglichkeit geben, sich einzuklinken und gebe dazu mein Mikrofon weiter. Ja, hallo, mein Name ist Masu Pulami im Wiki und ich bin Pirat, ganz typisch, ich bin weiblich, ich bin fast 60 und mit IT habe ich nicht so viel am Hut. als ich geboren wurde, gab es kaum Fernsehen, also gar nicht eigentlich, noch nicht. Also ich will mal sagen, also ich würde da gerne meine, könnte man ja erheben, wie das Durchschnittsalter ist, also in unserer Crew ist es so ähnlich wie ich bin. So, ja, das ist nur wieder andere, so, ich würde sagen, also Parteien sind ja immer Ausdruck von gesellschaftlichen Entwicklungen und die Grünen waren dann eben Ökologie verpflichtet sozusagen, weil da viel im Argen lag und die Idee ist mir gerade eigentlich erst gekommen bei dem Podium, übrigens habe ich die Studie gelesen, ist mir gekommen, dass es vielleicht diese Partei ein Ausdruck ist auf diese Forderung oder diesen Spruch, wir sind das Volk. das Volk will sich nicht mehr repräsentieren lassen durch irgendwelche Parteien, das Volk will mitmachen und die Piraten sind eine Mitmachpartei, das wurde eigentlich hier noch gar nicht, es war, klang mal an so ein bisschen, aber die Leute wollen mitmachen, das sieht man an Stuttgart 21, das sieht man überall in der Republik, sie mischen sich ein und sie finden hier das Forum in dieser Partei und es gibt eben flache Hierarchien, also ich habe Bufo Berndt auch schon mal eine E-Mail geschrieben und er hat mir sogar geantwortet, jetzt überlege ich mal, in welcher Partei wenn ich in der CDU wäre und ich würde Merkel eine E-Mail schreiben, ob die mir antworten würde. Also ich meine auch, dass es die repräsentative Demokratie, das ist ein bisschen, es gab Politikverdrossenheit, repräsentative gegenüber der Demokratie, und dieses Liquid Feedback oder andere Sachen, die machen es nur möglich, dass heute viele Leute sich einbringen können und deswegen ist das auch so bunt bei den Damit jetzt auch noch andere sich einbringen können, machen wir jetzt hier mal einen Punkt, vielen Dank. Ihre Nachbarin hat sich glaube ich auch gemeldet, beide Nachbarn und dann gehen wir hier rüber. Die Ironie der Geschichte, ich bin auch Berat, ich bin 61 und gehört zur Gründungsgeneration der Grünen und vorhin war ja die Frage, was ist eigentlich die Grundidee oder was ist das Neue. Ich kann Ihnen nur sagen, ich weiß nicht wie es Ihnen gegangen ist. In den Jahren zwischen 2005 und 2010, 11 hat mich so ein Geist von es muss etwas Neues geben, weil selbst die Grünen, die ich vorher auch gewählt habe, mit denen zusammen mich die Tats gegründet habe und so weiter, für mich einfach festgefahren in diesen politischen Kategorien, wie wir sie kennen und es hat mich auch gelangweilt, was ich gehört habe, weil ich kenne das nun mittlerweile und mein Wunsch war auch der, wenn ich nochmal mich entscheide, Politik zu machen, dann will ich aber wirklich dabei sein und das ist das, was mir die Piraten ermöglichen und zwar in vielen Themenfeldern, von der Wirtschaft, über die Drogen, über die Gesundheit bis hin zur Pressearbeit, also ich kann mich da wirklich in meinem ganzen Spektrum, was ich angesammelt habe, im Laufe meines Lebens betätigen und zwar konstruktiv. Und sagen Sie noch, sagen Sie noch, erläutern Sie doch ganz kurz bitte, was heißt das, Sie können sich betätigen. Also, ich muss es Ihnen dann praktisch machen. Zum Beispiel, es gibt Anträge zum Wirtschaftsprogramm. Ich selbst, das ist der Bereich, der war bei mir bislang am blindfleckigsten, wenn man so sagen kann. Da finde ich aber, erstens finde ich einen Podcast, ich finde im Internet Diskussionen zwischen denen, die die Anträge erfinden, dann lese ich mir diese Anträge durch, dann gucke ich mir das Hintergrundmaterial dazu an, dann überlege ich mir wirklich ernsthaft, was denke ich wirklich dazu, nicht was denkt meine Partei, sondern was ist meine Haltung und dann kann ich das unterstützen. Also, Sie können sich an der Positionsbildung beteiligen. Ja, ich kann aber auch selber Anträge zu Themen wie Drogen zum Beispiel, wo ich viel Ahnung habe, die kann ich selber formulieren. Aber das ist ja eine rein innerparteiliche Betätigung. Naja, ich mache auch Pressearbeit und gehe nach außen, also. Okay, gut. Ihr Nachbar? Ja, Wolfgang Gründinger, ich kann da anschließen, weil nämlich gerade Liquid Feedback wird in großen Teilen der Partei ja gar nicht genutzt, beziehungsweise hat einen ziemlich schlechten Ruf. Und ich sage mal, der Süden in der Republik ist faktisch eine Liquid Feedback freie Zone und auch das, was in Liquid Feedback so an Schwarm Intelligenz rauskommt, ist nicht oft so intelligent, wie der Schwarm eigentlich sein sollte. Also da mal die Frage auch an Bubernd, warum ist denn das so? Also viele Anträge in Liquid Feedback mangeln einfach an Substanzen, werden aber mit 80% Mehrheit angenommen, zum Beispiel auch zur Zuschussrente. Also die Piratenpartei Deutschland positiiert sich dann gegen die Zuschussrente, aber dann gibt es eine Pressemitteilung der Piratenpartei für die Zuschussrente und das finde ich schon ein bisschen seltsam. Gut, das ist jetzt eine konkrete Frage, wahren Sie mal im Moment, Herr Schlümer, wir sammeln noch ein bisschen. Der nächste da in der Reihe und dann gehen wir an den anderen Block, der Gerechtigkeit halber. Robert Ulmer, mein Name. Ich habe einen Punkt, wo ich auch gerne die Forscher fragen möchte, ob das die Wahrheit trifft. Es gibt doch bei den Altparteien als besonders grüne Linkspartei, vielleicht auch bei Teilen der FDP. Grüner ist Altpartei, das tut weh. Ich bin auch schon älter geworden. Eine gewisse Kränkung, dass jetzt da politisch interessierte Leute Leute sich nicht dran machen, diese Parteien mit neuen Ideen zu inspirieren, sondern sich absondern und selber was gründen. Und dann fragen sich diese Parteien, wie kommt das? Und dann sehen sie die Technik, diese komplizierte Internet-Technik und denken, das ist es, das kapieren halt nur die jungen Leute und jetzt versuchen diese drei Parteien da irgendwie das mit auch Merkel und die. Ich glaube aber nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Ich glaube, der Punkt, warum viele die Piraten so attraktiv finden, ist der Verdruss über die Heuchelei der älteren Parteien. Ich möchte mal das Thema, weil Sie sagten, Herr Füchs, dass Freiheit und soziale Verantwortung, ich glaube, dass gerade das die Punkte sind, wo ehemalige Grüne, wie ich, von den Grünen nachhaltig enttäuscht wurden, also durch eben durch die Koalition mit Schröder, durch Hartz IV, durch ein ausdrücklich repressives Gesetz und wo eben Leute sich bei den Piraten zusammengefunden haben und gesagt haben, wir nehmen das ernst mit der Freiheit, wir nehmen das ernst mit der Freiheit aller Personen. Auf diese Weise ist die Vorstufe des bedingungslosen Grundeinkommens, also dieses Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, was 2010 beschlossen wurde und eben ein Jahr später ausdrücklich das bedingungslose Grundeinkommen zustande gekommen ist, was inzwischen, ich weiß nicht, ob, ich habe nicht so den ganz großen Überblick, was inzwischen ein Kernthema der Piraten geworden ist, worum sich und wo ich jetzt auch Bernd Schlömer fragen möchte, ob nicht die derzeitige Flaute ein bisschen daran liegt, dass das Führungspersonal ein bisschen Problem mit dem bedingungslosen Grunde, dass sie das zu wenig offensiv, dass sie sagen, ah, wenn Johannes Pona das sagt, ja, ich habe von der Gelegenheit. Aber wirklich angekommen, ist gut. Der Punkt ist angekommen, danke. danke schön. So, jetzt noch zwei Wortmeldungen oder drei auf der Seite und dann gehen wir wieder zurück aufs Podium. Ich habe nur mal einen Kommentar. Können Sie sich kurz vorstellen? Rainer Rehag, hallo, Tag. Und zwar ein interessanter Punkt, den hatten Sie angesprochen, weil der Schlimmer meinte, es ist mit den Parteien Schema da ranzugehen. Sie haben, als der Herr Schlimmer meinte, wir sind ja auch staatskritisch, was Sie gehört haben, war staatsfern. Fehler, genau das ist das Problem. Es geht darum, staatskritisch zu sein. Skeptisch, sagt er. Sie haben staatsfern gesagt, wir können es im Stream nachgucken. Das ist genau das Problem, staatskritisch sein und unternehmenskritisch sein, das heißt ja nicht, dass man das alles nicht gut findet, sondern dass man es kritisch hinterfragt. Und das ist ja genau das Problem an der Geschichte, wenn irgendeine Partei in der Opposition sitzt und dann sagt, ja, Beitragsbemessungsgrenze, das haben wir ja schon immer so gemacht, das kann man nicht hinterfragen oder so Dinge wie, was weiß ich, Krankenversicherung, Zweiklassengesellschaft und so weiter, da haben sich Dinge eingefahren und die werden nicht mehr hinterfragt. Und die Piraten kommen jetzt halt an und sagen, wir sind kritisch, das ist ja erstmal neutral, da hängt die Transparenz dran und so weiter. Aber ich glaube, das ist vielleicht eine Aussage von Herrn Schlimmer, aber ein bisschen präzisiert, wo das Problem liegt. Okay. Mein Name ist Wolfgang Welscher, ich bin, gehört zur Gründungsgeneration auch der Grünen. Was ich ganz spannend finde, ist immer, wenn ich mit Piraten diskutiere, diese Fokussierung auf Liquid Feedback, Technologien, dass sie ganz neue Möglichkeiten gibt. Und ich stelle dann immer fest, eigentlich müssen wir in den 70er, 80er Jahren auf den Bäumen gelebt haben, weil wir ja kein Internet hatten, wir hatten keine Handys, aber das erlebe ich in Diskussionen, neue Politikformen. Wir haben damals Großdemonstrationen organisiert, wir haben damals Rockdorf-Demonstrationen organisiert, speziell die Gründung unter Grünen bis auch deutschlandweit erfolgt, wir hatten internationale Kontakte, ohne Handy, ohne E-Mail und so weiter. Ich bin, sag mal, Informatiker, aber mich stört halt die Technikfokussierung und dass das plötzlich neue Politik formt. Mir fehlen bei den Piraten, auch wenn ich mit einigen Piraten sympathisiere, wirklich die Inhalte. Dankeschön, so jetzt noch die letzte Reihe und dann gehen wir wieder zurück. Dankeschön, Manfred Nitsch, ich bin Wirtschaftsprofessor an der Freien Universität, emeritiert inzwischen um eine Frage Pirates Dilemma ist ein Buch von 2008 oder so, in der die Piraterie im Bereich von Piratensendern, von Informationstechnologie, von Musik und von Mode thematisiert wird und da geht es immer darum, ein Pirat ist einer anti-autoritär gegen den Mainstream, es selber machen, und gemeinwohlorientiert und in der Wirtschaft, von Luhmann, Zahlen oder nicht Zahlen, das muss sich also auch noch lohnen. Das Übertragen auf die Politik heißt das, Personen müssen gewählt werden und das ist der Inbegriff von Politik, aber diese anderen drei Dimensionen sind doch eigentlich etwas, was man aus der ökonomischen, betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen, industrieökonomischen Diskussion über Piraterie vielleicht auch auf die Politik übertragen könnte und sollte, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Ja, mein Name ist Erkan de Mirtas, ich habe eine Frage an Herrn Hönigsberger und zwar, wenn wir jetzt einen kleinen, kurzen Vergleich machen, während der Gründung der Grünen gab es ja sehr, sehr, sehr unterschiedliche Strömungen, wie Sie wissen, also von Heimatschützern, konservativ, national geprägt, ein bisschen zu Kommunisten, wie sieht eigentlich die Strömungslandschaft bei den Piraten aus, das ist an Sie und dann hätte ich gerne von Herrn Schlömer gewusst, was meinen Sie mit dem Staatsskeptisch, ist das eher in die Richtung der Eigenverantwortung gedacht wie bei der CDU oder wie, was verstehen Sie wirklich darunter? Danke. Gut, dann gehen wir wieder zurück auf das Podium und beginnen mit Herbert Hönigsberger und machen dann die Reihe entlang. Also zur Strömungslandschaft, wir haben die nicht so fassen können oder können die nicht so fassen, wie wir das bei den Grünenströmungen früher gewöhnt sind, aber Sie finden von linken Strömungen bis härtere liberalen Strömungen alles in dieser Kommunikation. Ich will das mal ein paar Namen festmachen. Sie können da Strömungen immer daran erkennen, auf welche literarischen Figuren sich die Autoren in diesen Mailing-Listen beziehen. Sehr interessant ist an der Spitze Milton Friedman und Hayek. Also zwei klassische Liberale, die auch den Liberalismus in einer bestimmten Konsequenz durchformuliert haben. Anderer Punkt Silvio Gesell, also der Theoretiker des Breigeldes. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass diese Namen deswegen auftauchen, weil dort sehr agile Trupps unterwegs sind, die unglaublich viele Statements abgeben. Das heißt, es sind zwar Strömungen, aber sie sind natürlich nicht majoritär, aber sie beschäftigen zum Beispiel die Piraten. Sie finden das Stichwort, das interessiert uns dann schon, Sozialismus unter den ersten tausend Begriffen, die bei den Piraten benutzt werden. Also schaut man nach, sind das Sozialisten, die dort reden? Ja, das gibt es auch. Es gibt sowohl Personen, die eine gewisse Affinität zur DDR haben oder Personen, die aus der klassischen Neuen Linken kommen, also etwa unserer Generation oder unseres Zuschnitts. Es gibt dann aber natürlich unter dem Stichwort Sozialismus sehr viele, die unglaublich kritisch dagegenhalten. Das heißt, es findet unter dem Stichwort Sozialismus eine Systemauseinandersetzung statt in diesen Mailinglisten. Es gibt dann also zum Beispiel die ähnlichen Strömungen, wie wir sie an Fundis und Realis rund um die Regierungsbeteiligungsfrage gehabt haben. Gibt es bei den Piraten sicherlich auch, wenngleich ich das nicht beobachten konnte in der Schärfe, wie man das bei den Grünen zeitweilig ausdiskutiert. Sie finden um jeden dieser normativen Grundbegriffe, die wir identifiziert haben, unterschiedliche Ausdeutungen und unterschiedliche Positionierungen, die sie dann wieder geistesgeschichtlich bestimmten Strömungen zuordnen können. Zum Beispiel ist es sehr auffällig, wenn über Freiheit geredet wird bei den Piraten, dass diese Unterscheidung von Freiheit zu etwas, also eine positive Freiheit oder eine Freiheit von etwas, negative Freiheit, dass die dann in einer ganz spezifischen Weise in diesen Mailinglisten beantwortet wird. Es dominiert weitaus gegenüber der Freiheit für etwas, diese negative Freiheit, Freiheit von etwas. Wenn man Angela Merkel zuhört, sagt sie, es ist ein typisches Kennzeichen ihrer politischen Richtung, dass man Freiheit für etwas ist. Das ist ein sehr aktueller konservativer Grundzug des Freiheitsdiskurses, während Merkel oder die Konservativen überhaupt Freiheit von etwas der SPD den Grünen zuschimpft. Interessanterweise wird es bei den Piraten, da haben wir Stellen gefunden, andersrum diskutiert, da wird gesagt, Freiheit von etwas, es ist eine liberale, eine grundliberale Haltung, Freiheit für etwas, zur Selbstbestimmung beispielsweise, ist links. Das heißt, Sie können an allen diesen Grundbegriffen wieder unterschiedliche Schattierungen, Strömungen identifizieren, ohne dass ich die jetzt im Einzelnen, also weiß ich, wie Fundus Realos oder so benennen könnte, aber diese Debatte ist unglaublich vielfältig, unglaublich breitgespreist oder ein interessantes Phänomen. Sie finden in den Programmen der Piraten nie den Begriff und das ist für die Grünen, aber für andere Zentralgerechtigkeit. Es gibt einfach eine programmatische Gerechtigkeitslücke. Gleichzeitig finden Sie in den Piratenforen einen intensiven Gerechtigkeitsdiskurs. Der ist interessanterweise im Gegensatz zu anderen normativen Begriffen so aufgebaut, dass dort, wir müssen Gerechtigkeit definieren. Was ist denn Gerechtigkeit überhaupt? Das finden Sie in der Demokratiedebatte so nicht, diese Fragestellung. Da gibt es eine intensive Suche nach Erklärungen für eine solche Grundnorm. Das könnten Sie jetzt auch wieder strömungsmäßig irgendwie fassen, das hat uns jetzt so nicht interessiert. Sondern es die Bandbreite interessiert und die Differenz zur Programmatik. Im Untergrund oder Hintergrund der Piraten gibt es einen Gerechtigkeitsdiskurs, von dem noch offen ist, wie weit er sich programmatisch niederschlägt. Er scheint mir aber so massiv zu sein, dass irgendwann werden sich die Frage klären müssen, ob Sie auch in einer bestimmten Form eine Partei sind, in deren Grundwertekanon Gerechtigkeit eine Rolle spielt. Nachhaltigkeit zum Beispiel. Auch da gibt es unterschiedliche Schattierungen. Nachhaltigkeit insbesondere in der Umwelt-Mailing-Liste ist hochinteressant. Dort sitzen sehr viele ehemalige Grüne und versuchen dort rund um die Kategorie Nachhaltigkeit die Grünen zu überholen. Zu versuchen, aus den Piraten die besseren Grünen, die man früher gerne gehabt hätte, zu machen. Das können Sie rund um diese Nachhaltigkeitsdebatte feststellen, die Piraten, bei denen spielt gemessen am Begriff Ökologie, Nachhaltigkeit eine viel größere Rolle als bei den Grünen. Bei den Grünen ist umgekehrt. Bei denen spielt Ökologie als zentrales Begriffselement oder programmatisches Element eine viel größere Rolle als Nachhaltigkeit. Nur so wie Nachhaltigkeit zum Beispiel gedeutet wird von beiden Parteien in der Programmatik, aber auch in den Diskursen, haben wir aufgeschrieben, das ist möglicherweise ein Art Scharnierbegriff in den Diskursen zwischen beiden Parteien. Passt jetzt gut, Herr Schlömer. Ich kommentiere das jetzt nicht, sondern ich versuche die Fragen einmal zu beantworten. Ich mache es auch nicht in der Reihenfolge, wie sie gestellt wurden, sondern wie ich jetzt meine, das priorisieren zu müssen. Das Stichwort staatsskeptisch ist gefallen. Ich verstehe, dass in diesem Sinne, dass ich in der Piratenpartei registriere, dass es eine kritische Haltung zu den Instanzen sozialer Kontrolle gibt. Die Instanzen sozialer Kontrolle, die man bündeln kann, Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz, Sozialbehörden, ohne dass man Staatlichkeit in Frage stellt. Das ist sehr wichtig, das ist ja auch durch die Anmerkung nochmal klargestellt worden. Es geht darum, dass man dort sich kritisch mit auseinandersetzt, aber das sind, so würde ich es als Kriminologe beschreiben, die kritische Organsetzung mit den Kontrollmöglichkeiten der staatlichen sozialen Kontrolle. Das Thema Sozialpolitik wird, zumindest was meine Person angeht, durchaus prominent vertreten. Ich tauche ja nur ab und zu mal in Streaming-Situationen auf. Ich will es mal so beantworten, ich habe eine andere Herangehensweise, um dieses neue wirtschafts- und sozialpolitische Modell vorzustellen. Und zwar stelle ich es immer vor, aus der Herangehensweise einer der Definition eines Universaltransfers, der als Alternative einer ansonsten alternativlos dargestellten Sozialpolitik zu verstehen ist. Das ist meine Herangehensweise, die ich versuche, den Menschen zu erläutern, warum es sich lohnt, auch über dieses Modell des bedingungslosen Grundeinkommens nachzudenken. Und meine Erfahrung ist, insbesondere mit neoliberalen Vertretern, Sie sagten das so, ich bin ja öfter dann auch in so Lobbyistenkreisen, da wird man dann eingeladen und da muss man irgendwie Rede und Antwort stehen. Es gibt eine hohe Affinität in allen gesellschaftlichen Gruppen, dieses Modell einmal näher zu beforschen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist meine persönliche Erfahrung. Wir haben aber in der Beschreibung dieses Rechts auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe, es versäumt diesen Zugang besser darzulegen. Es ist leider auch personenbezogen immer negativ bewertet, gelabelt worden. Es hat uns ein bisschen gehemmt, das darzulegen, aber ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, den wirklichen Mehrwert eines solchen neuen Modells noch mal herauszustellen. Ich selber werde auch dazu beitragen, dass wir diese neue Art von Sozialpolitik und dieses Modell auch weiter prominent darstellen. Es wird, wenn man es aber beginnt, darüber zu diskutieren, bekomme ich sofort eine Gegenfrage, wird es tot gemacht. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber ich bin mir sicher, dass es uns gelingen wird, darauf wieder auch Schritt zu fassen, weil andere Parteien, die über die Mindestrente sprechen, reden im Grunde über nichts anderes als auch ein Stück weit über Grundeinkommen. So ehrlich muss man ja auch mal sein. Und wir werden den Anschluss da auch wieder finden. Zum Begriff aus der Ökonomie der Piratensender, so fasse ich es mal zusammen, ich kann es nicht genau beantworten. Ich kenne aus den 70er, 80er Jahren eine Diskussion zur Untergrundökonomie. Da hat man versucht, Marktmodelle in abweichenden Verhaltensweisen zu beschreiben, wie funktionieren Drogenmärkte, wie funktioniert Piraterie. Natürlich ist ein Stück weit die Piratenpartei, wenn man sie beschreibt, nach diesen Labeln, die sie gerade angefügt haben, auch gemeinwohlorientiert. Ich glaube, dass die Piratenpartei, das ist ein Punkt, den ich jetzt nicht genannt habe, aber das kann ein Label sein, eine Kategorie, eine Beschreibungskategorie, ein Deskriptor, der vielleicht in die Richtung geht. Insofern nehme ich es mal auf als interessante Komponente. Die Beteiligung in Liquid Feedback. Ja, ich würde mir auch wünschen, als Vertreter des Bundesvorstands, wenn das Liquid Feedback besser genutzt wird. Es ist, ich sage es immer explizit, Liquid Feedback ist ein Kommunikationsinstrument. Es ist kein Entscheidungstool. Es ist ein Kommunikationsinstrument, das die Genese und Formulierung von Meinungsbildern fördern soll. Und als solches ist es auch zu bewerben und von allen Mitgliedern auch stärker zu nutzen. Wir werben im Bundesvorstand immer intensiv darum, dass alle Mitglieder das auch machen. es gibt, aber es muss ich auch zugeben, eine Diskussion, die sich unter anderem an dem Punkt äußert, darf ich mit Klarnamen an solchen Beteiligungen Meinungsbildern mitmachen oder darf ich das anonym machen? Und es wird immer die Frage der Delegation kritisch diskutiert. Ist es richtig, dass jemand 80 Stimmen auf sich vereint und der andere nur eine hat? Also das sind immer Diskussionen, die geführt werden. Es ist aber das Kommunikationsinstrument, das zurzeit das Votum des Bundesparteitags hat. Und natürlich, wenn etwas Besseres auf den Markt kommt, würden wir auch uns neuen Modellen zuwenden. Aber es ist aus meiner Sicht, aus meiner Bewertung, das in der Breite der Piratenpartei am meisten akzeptierte Tool zur Genese von Meinungsbildern. Und als solches muss es auch gefördert werden. Und ich appelliere im Stream, macht alle mit. Das ist wichtig. Ich glaube, jetzt bin ich auf alle Dinge eingegangen. Danke. Ein Punkt, nicht fehlende Inhalte. Ja, ich bin interessiert, auch immer wieder in die Böllschrift zu kommen, um darauf hinzuweisen, dass es nicht an fehlenden Inhalten liegt. Wenn Sie sich die Wahlprogramme anschauen, auf der Länderebene, oder wenn Sie beispielsweise anschauen, was wir an programmatischer Breite haben, haben wir viel mehr, als uns immer zugewiesen wird. Wir werden immer dargestellt als eine Themenpartei. Wenn ich beispielsweise ein Interview gebe und mal etwas sage zur Wirtschaftspolitik, wird es oftmals gar nicht abgedruckt. Weil dann kein Platz mehr da war. So ist man immer in der Situation, dass man immer als eine Themenpartei gilt. Aber Herr Schlimmer, darf ich eine Nachfrage dazu stellen? Es ist weniger eine Frage von bedrucktem Papier, sondern der Eindruck, und das ist in keinerlei, in keiner Weise von mir aus jetzt bösartig gemeint. Der Eindruck ist, ein hohes Maß an Selbstbeschäftigung und ein sehr geringes Maß an gesellschaftlicher Intervention zu den Fragen, die die Republik, die die Leute beschäftigen. Also sehr wenig Sichtbarkeit mit eigenen Initiativen, eigenen Vorschlägen, meinetwegen auch mit konstruktiver Kritik an der Regierungspolitik und stattdessen ein sehr hohes Maß an Selbstbeschäftigung. und das ist, glaube ich, ein doch ziemlich verbreitetes Bild. Ja, das wollte ich sagen. Ich glaube, ob die anderen Parteien sich nicht, also sie beschäftigen sich auch sehr intensiv selbst. Ich glaube, dass es uns jetzt in Vorbereitung auf die Bundestagswahl auch gelingen wird, unsere thematische Breite auch besser zu kommunizieren, damit sie auch sichtbar wird. Ich bin ja auch hier, um letztendlich auch in mehreren Gesprächen, ich habe ja zugesagt, ich komme häufiger auch mal hier hin, und auch andere Themenbereiche mit Ihnen zu diskutieren und Ihnen darzulegen, dass wir durchaus auch Breite haben, die es lohnt, vorgestellt zu werden und auch dieses Lohn zu diskutieren. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch eine Bewertung, die letztendlich durch Medien entsteht, dass wir nur ein Thema produzieren, das ist nicht so. Also es gibt jetzt noch eine ganz dringende Wortmeldung, die nehmen wir noch, aber das ist wirklich die letzte, sorry, wir sind völlig aus der Zeit gelaufen. Ich kann nicht mehr alle dran nehmen. Wir sind jetzt schon in der Schlussphase hier auf dem Podium. Ja, Herr Vöx, ich kann Ihnen da nur, ich muss Ihnen da recht geben, also Ted Lissmann ist mein Name, ich habe, ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel sagen, zum Thema Selbstzerfleischung habe ich manchmal den Eindruck, die Piraten, also am Anfang war ich, ich habe sie auch gewählt, bitte, lassen Sie mich bitte ausreden, also ich habe, ich habe die auch gewählt und jetzt überlege ich wirklich, ob ich die nochmal wählen kann. Als kleines Beispiel, es ging darum, bei einem Treffen, hier, wie sagt man noch, vergesse ich mal wieder, die Stadtteil, also die Gruppen, wenn man sich zum Gruppentreffen will. Crew-Treffen. Crew, genau, danke, ich vergesse das immer wieder, weiß nicht warum. Also zum Crew-Treffen, da war ein Chat, da ging es darum, wo trifft man sich. Es ging ungefähr 20 E-Mails hin und her, mittlerweile kriege ich von den Piraten mehr Spams als die regulären Spams, da bin ich schon sauer dran, wollte ich mich abmelden, kann ich mich noch nicht mal abmelden, das nur so nebenbei. Jedenfalls, ich habe, ich habe, man zerfleischte sich an dem Treff, wo trifft man sich? Dann fragte ich, dann fragte ich per E-Mail, ja, wo ist denn das genau? Als man es endlich festgestellt hatte, wo man sich dann nur trifft, ich bekam keine Antwort. Also so viel zum Thema, man beschäftigt sich immer nur mit sich selber da und das geht dann. Okay, das ist jetzt sozusagen die Empirie des Alltags. Vielen Dank. Wollen Sie noch was dazu sagen, Herr Schlömer? Nein, eigentlich nicht. Genau. Dann gehen wir jetzt weiter zu Sabrina Brauer. Was auch immer du jetzt abschließend noch kommentieren möchtest. Ja, danke. Also ich bin in dem letzten Landtagswahlkampf ja immer, da waren wir ja mitten im Hype, im Piratenhype und Grüne sind immer nur gefragt worden, was sie von den Piraten halten und da hatten wir das Problem, dass wir mit unseren Inhalten nicht mehr rüberkamen. Also wirklich teilweise Interviews mit zehn Fragen und acht waren zu den Piraten, war eine interessante Zeit. Und die Lieblingsfrage war, sind Sie jetzt nicht unglaublich frustriert, dass da jetzt so eine junge, dynamische Partei und Sie so als Altbacken und so und da konnte ich immer nur sagen, da drang man aber damals nicht mit durch, dass ich dieses Selbstbild auch für den Grünen jetzt gar nicht habe. Wir haben selber ja gerade eigentlich eine Phase mit unglaublichem Mitgliederzuwachs, wo unsere Mitgliedschaft sich ja nicht nur verjüngt, sondern quasi ein bisschen rundum erneuert hat und sich dadurch auch viel ändert, sage ich mal. Da kommen dann neue, es müssen neue Verfahren auch gefunden werden oder neue Wege auch miteinander zu kommunizieren. Da ist also eine Menge in Bewegung, wo ich dann aber immer zucke und also das Einzige, wo ich zucke oder frustriert bin, muss ich ehrlich zugeben, das kam jetzt nämlich gerade auch von Ihnen und damals auch so im Fernsehen war ein junger Pirat von der Uni, der sagte, ja bei den Piraten, da kann ich einfach hingehen und mitmachen und da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht, das kann man bei uns doch auch. Aber offensichtlich und das muss ich dann sozusagen ernst nehmen an der Stelle und mich selber hinterfragen oder meine Partei, offensichtlich wird es nicht so wahrgenommen und ich glaube, das ist schon auch nochmal eine Aufgabe für uns zu gucken, woran liegt das, denn grundsätzlich würde ich für uns auch das Label der Mitmachpartei geltend machen, auf jeden Fall. Dankeschön und bitte sehr. Ja, also ich sage immer gerne, wenn ich die Piratenpartei fasse zu oder versuche zu charakterisieren, dann habe ich immer den Eindruck, sie ist so ein bisschen Reaktion, aber auch Resultat der Entwicklung der Parteiendemokratie der letzten 15 Jahre, in dem sie zum einen darauf eine Antithesis auf der anderen Seite jetzt zugespitzt polemisch formuliert quasi eine abgespackte Version des genauen Problems ist. Wir erleben bei den Parteien zwei Elemente, das eine ist der Geschlossenheitsdiskurs, finde ich ja grässlich, finde ich richtig grässlich, also ich habe keinen Bock Mitglied in einer geschlossenen Vereinigung zu sein und dem, ja, dem setzen die Piraten jetzt sozusagen als Antithese entgegen, wir sind breit Projektionsfläche und agieren dann auch im Parlament, also divergent, also mit anderen Worten, man weiß auch gar nicht den Punkte, was ist denn jetzt die Meinung der Piraten, weil wenn man sagt, der Pirat hat aber doch jetzt gegen Walter Beuerns geklappt, nee, da haben wir nichts mit zu tun, ist schon mal ein bisschen schwierig und das ist aber dann auch bei der Themenagenda, das ist nämlich sozusagen das zweite Problem, vor 15 Jahren hier ein Politologen hätte sitzen, in der Stiftung, der hätte gesagt, also in 15 Jahren wird man erlebt haben, die Sozialdemokraten legen Hand an den Sozialstaat, die Grünen sind Stimmeneinsätzen im Ausland zu und die CDU schaltet die Hälfte aller Atomkraftwerke ab, den hätten sie nie wieder eingeladen, hätten sie mit Zwangsjacke wahrscheinlich rausgeführt, das Problem ist natürlich, das ist sozusagen Teil auch des Orientierungsmusters, was wir ja in der Vergangenheit hatten, also wir haben eine bestimmte Vorstellung, wo bestimmte Parteien sich verorten und das tun sie auf einmal nicht mehr, also ist das alles so ein bisschen unangenehm geworden, dass man, man sucht ja, man sehnt sich ja dann doch so ein bisschen nach einfachen Orientierungsmustern, wir Menschen sind so, in der politischen Psychologie wird das auch immer gesagt, also wir brauchen nicht Vorurteile, wir brauchen so ein bisschen aber Stereotypen, weil sonst würden wir doch wahnsinnig werden in bestimmten Punkten und die Piraten sagen jetzt so ein bisschen, wenn das so ist, dann sind wir auch nicht ideologisch mit der Folge natürlich, dass das, und das ist deswegen sozusagen Reaktion darauf, dass irgendwie die Parteien alle nicht mehr berechenbar sind, aber es ist auch Resultat, dass die Piraten das in Teilen auch nicht sind, wobei wir ja gucken müssen, wie der Prozess sich jetzt organisiert. Was man dann aber auch beobachten kann und da ist man dann bei der Frage, wie ist das eigentlich mit den zentralen ideologischen Begrifflichkeiten, also wir haben ja hier eine ganz interessante Debatte um Liberalismusbegriff gehabt, ich kann dem zwei Noten beifügen, ich habe den Eindruck, dass der Liberalismusbegriff auf der einen Seite im positiven Verständnis oder im negativen Verständnis als Staatsferne, im Sinne von Freiheitsrechten, relativ elaboriert ist, aber dann auch in der Frage der Parlamentarismuskritik durchaus umschlägt in einer affektiven Ablehnung von allem, was im Verdacht steht, Lobby zu sein und das hat zur Folge und allem, was im Verdacht steht, Aushandlungsprozesse, die hinter verschlossener Tür, die diskursiv irgendwo stattfinden, als Problem zu erachten und zu sagen, die gesellschaftlichen Gegensätze kommen überhaupt nicht mehr richtig zum Ausdruck, schlägt sich dann auch nieder in einer langwierigen Verfahrensdiskussion, und dann im Endeffekt, die Piraten agieren ja auch so, Mehrheitsbeschlüsse haben einen hohen Wert in der Partei, also manchmal agieren die Parteien da härter als die härteste maoistische Sekte in den 70ern bei bestimmten inhaltlichen Fragen, dass aber diese dahinterliegende Parlamentarismuskritik, wenn man sie ganz sauber abgrenzen würde und durchdekliniert, dann landen wir irgendwann bei der Parlamentarismuskritik von Karl Schmitt. Das ist, glaube ich, immer noch ein noch nicht zu Ende gedachter Diskurs bei den Piraten. Also da bin ich erst mal auf einer normativen Ebene sehr, sehr skeptisch und das betrifft auch die Fragen von Partizipation. Also es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe Studien, die auch immer wieder sagen, alles sehr sozial selektiv, was Partizipation und Mitwirkung angeht, außer Wahlen und selbst die sind sozial selektiv. Also da haben wir offensichtlich Diskursebenen, die, wo wir aber auf der anderen Seite feststehen, Leute wollen ja beteiligt werden, regen sich auch zu Recht über bestimmte Mechanismen, wie Parlament funktioniert, auf und dieses ins Gleichgewicht zu bringen, das kann man in einer Partei nur begrenzt vorwerfen, aber ist, glaube ich, ein Problem. Letzter Punkt, da muss ich jetzt ein ganz klein bisschen springen, hier ist ja diese Debatte zur Sozialpolitik angefangen. Interessant ist, es gibt, und da haben die Piraten natürlich auch einen Erfolg mit, dieses bedingungslose Grundeinkommen, da läuft dieser Typ von DM durch die halbe Republik und macht damit richtig Geld und alle Parteien diskutieren, die Sozialdemokraten vielleicht am allerwenigsten, weil die einen anderen Arbeitsbegriff haben, nirgends ist mehrheitsfähig, aber beim Piratenhalter. Es ist natürlich auch interessant als Projektionsfläche, nur jenseits des Feldes bedingungsloses Grundeinkommen ist natürlich der Bereich von Sozialpolitik und der ist für 40 bis 45 Prozent der Wähler der Piratenpartei tatsächlich das wahlentscheidende Thema gewesen, interessanterweise. Also außer in NRW, da war es ein bisschen weniger, aber bei allen Wahlen war das ausschlaggebend und wenn man dann in die Landeswahlprogramme guckt, muss man sagen, das ist noch nicht so wirklich profiliert, weil da ist immer mal der Hinweis auf bedingungsloses Grundeinkommen und dann wird es dann durchaus ein bisschen skurril, die Mischung, muss man eigenständig sagen. Also es gibt dann Wahlprogramme, in denen steht drin, unter dem Kapitel Sozialpolitik, sich gegen das Verbot von Computerspielen und Paintball auszusprechen oder wo dann der Hinweis ist, also die Arbeitsmarktpolitik sollte, oder Arbeitsmarkt sollte noch im Vorbild der Hackerspaces organisiert werden. Also da merkt man, das kann man aber der Partei nur bedingt vorwerfen, weil sie natürlich immer noch eine junge Partei an der Stelle ist, aber sozusagen zu sagen, dieses Feld Sozialpolitik ist, glaube ich, jenseits der Frage bedingungsloses Grundeinkommen und davon wird momentan sehr viel in der Partei abgeleitet. Ich glaube, das greift aber in Feldern wie Gesundheitspolitik, Pflegepolitik oder ähnlichen Feldern, greift das, glaube ich, ein Stück im Augenblick noch zu kurz. Aber wie gesagt, also jetzt kommt wieder der differenzierte Politikwissenschaftler, der sagt, naja, wie gesagt, junge Partei und es ist ja noch vieles im Werden. Gut, vielen Dank. Heute in einem Jahr sind wir klüger. Dann wissen wir nämlich, ob die Piraten den Sprung geschafft haben in den Bundestag oder nicht und das könnte schon zu einer Existenzfrage für die Partei werden. Bandschlimmer hat ja selbst gesagt, wir sind dazu verdammt auf Sieg zu spielen, weil es sozusagen keine Reserven gibt. Wir sind dieses ganze Unternehmen, würde ich uns doch zugute halten, mit einer sehr offenen Haltung angegangen, also nicht mit dem Ziel, die Piraten so schnell wie möglich wieder unter die Wasserlinie zu drücken. Das wäre auch vermessen über die Existenzberechtigung einer Partei entscheiden letztlich die Wählerinnen und Wähler. Und sonst niemand. Und wenn die Piraten sich behaupten können, wenn sie sich zu einer ernsthaften und langfristigen politischen Kraft herausbilden, dann haben wir natürlich, das ist auch klar, großes Interesse in einem intensiven Dialog zu bleiben, weil dann geht es auch irgendwann um die Frage von Mehrheitsbildungen, wenn man einer Regierungsverantwortung nicht ausweichen will. Das ist so ungefähr das Spektrum, in dem diese Debatte stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt klüger oder nur in einem höheren Maß verwirrt sind. Das ist aber auch schon ein Produkt von aufklärender Bildungsarbeit, dass man vielleicht manchmal mit mehr Fragen rausgeht, als man reingekommen ist. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich, vor allem hier auf dem Podium und bei Ihnen im Publikum. Und draußen gibt es noch was zu trinken. Genau. Also, Dankeschön. Applaus Dankeschön. Vielen Dank.